Schicker Hut. Oh, danke. Wie findest du heute mein Outfit? Sehr gut. Das sieht richtig schick aus. Okay, gut, danke. Und du willst die Klamotten von dir anhaben, Lachen? Nein, ich hab ein anderes T-Shirt an. Ich meinst die Waschen liegen. Warte mal. Krasse das. Was denn? Wir haben zu viele Schränke, weißt du das eigentlich? Ach so, ich verstehe. Ja, das gefällt mir gut. Ich hab das wieder fast vergessen. Ich hab gesagt, ich geh zum Friseur heute. Echt? Und lass den Bad entweder wegmachen oder mal schauen, was es sonst so gibt. Ich weiß gar nicht, ob was aufhört. Oh, darf ich mitkommen? Ja, wolltest du ja sowieso. Aber ich guck mal eben, ob wir Glück haben oder ob Pech. Ob Pech. Denk mir, ja, Crazy Cuts hat auf. Da könnten wir hin. Okay, wie du möchtest. Ja, aber ich muss erst mal essen und trinken. Stimmt, wir haben kein Wasser mehr. Das wollte ich auch noch holen. Ja, ich hab mir was vom Tisch genommen. Ja. Glaub ich, lass einfach Wasser hier und neben dem Sixpack Sprung wird das besser. Sonst alles, was ich brauche? Oh, Chrissy hat gesagt, sie ist enttäuscht von uns. Okay. Ich bin ehrlich, ich bin noch nicht enttäuscht von dir und Glocken, aber ich bin dir nicht mehr böse. Ich hab ihr, ich hab ihr heute eine Nachricht geschrieben, willst du, dass ich dir die vorlese? Ja, klar. Oh, ich hab ziemlich viel geschrieben. Okay. Ich hab geschrieben, hey Chrissy, du bist ein schlechter Mensch. Wenn, dann bin ich viel schlechter als du. Ich weiß einfach nicht, äh, ich weiß einfach, wie sehr du uns alle beschützen würdest und ich hatte einfach Angst, dir das mit Glocken zu erzählen. Dadurch, dass du Kontakte hast, habe ich befürchtet, dass du ihm was antun würdest. Das wollte ich um jeden Preis verhindern, deshalb hab ich es gesagt. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass... Oh Gott, jetzt wird's ein bisschen schnurz. Ist okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich geschrieben hab. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich dich als meine beste Freundin bezeichnen darf. Ich würde alles für dich tun, so wie für Glocken. Stell dich nicht hinter ihm an. Nur würdest du oder jemand anders etwas jemanden antun, den ich liebe, dann würde ich mich immer von dieser Person erwenden. Das wollte ich dir gestern damit sagen. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen, auch für die Lüge am Telefon, dass es ein Bike-Unfall war. Hör auf von mir wegzulaufen, wenn wir reden. Egal ob am Telefon oder wenn wir persönlich reden. Ich mag das nicht. Und das führt oft zu ungeklärten Gesprächen, die dann aus dem Ruder laufen. Und dann hat sie geschrieben, es ist okay, lass uns vergessen, ich bin dir nicht mehr böse. Lass uns später darüber reden, ich will nicht mehr Nachrichten klären. Ich bin ehrlich, ich bin noch ziemlich enttäuscht von dir und Glocken, aber ich bin dir nicht mehr böse. Okay, und darauf hat sie dir schon geantwortet, oder? Nee, das hat sie mir ja geschrieben. Ich habe geschrieben, hey, lass uns reden, ich bin jetzt unterwegs, Glocken und ich wohin zum Friseur. Wann hatte sie dir geantwortet? Nee, noch nicht. Nee, wann? Davor meine ich. Achso, 19.43, 42. Warum? Okay. Was? Verstehe ich nicht. Nee, weil sie mir auch was geschrieben hatte und das war später und deswegen bin ich ein bisschen irritiert. Wieso, was hat sie dir geschrieben? Naja, du erinnerst dich an die Überraschungsparty? Ja. Was sie absagen wollte? Was? Sie wollte eine Überraschungsparty absagen? Mhm. So, dann hat sie mir aber um 19.47 geschrieben, dass die Party wie geplant stattfindet. Und 20.54 Uhr hat sie mir geschrieben, sie verschiebt das, weil sie es erst mit Elva klären will, also mit dir. Also, ja, keine Ahnung. Sie wollte meine Party oder was, die sie gestern erwähnt hat, dass sie sie geplant hat. Ja. Also findet sie doch statt? Und du verrätst es mir? Naja, aktueller Stand ist, dass sie nicht stattfindet. Ich bin deswegen etwas irritiert. Okay. Weil sie es erst mit dir klären will, aber wäre nämlich jetzt gewesen. In diesem Moment. Sie fragt, können wir später machen, wann seid ihr fertig? Wann sind wir fertig? Äh, keine Ahnung, wie lange das dauert. Wir sollten uns aber vielleicht beinen, bevor die zu haben. Ja. Ich hol mal meinen Helm. Ja. Ich hol mal meinen Helm. Okay, wir können los. Ich bin fertig. Okay, super. Und ich muss heute auf jeden Fall Wasser... Ja, das sollten wir tun. Was wir außerdem tun sollten, ist mal zum Bankautomaten zu gehen. Oh, okay. Aber das... äh... Ja, das können wir ja unterwegs irgendwo machen. Okay. Ich weiß nämlich gerade auch nicht, wie es aussieht bei mir und... Ich hab so ein bisschen Geld in der Tasche, aber nicht viel. Okay, danach rede ich mit ihr. Okay. Ehrlich gesagt, ich hab schon keinen Bock mehr an eine Geburtsexfeier. Überraschen können oder her. Das wär voll cool gewesen. Also richtig cool. Mir hat die Idee gefallen. Ja. Okay. Aber wieso hast du keine Lust? War zu viel einfach los. Das ist... Man weiß nicht, ich hab momentan nicht so Lust zu feiern. Ja. Weil, auch wenn man sich versöhnt, das ist trotzdem noch nicht komplett durch. Ja, das verstehe ich. Ja, das verstehe ich. Man muss halt was drüber wachsen. Dieser scheiß Sportwagen da, ne? Ja, ich sag ja, wir müssen die Hausraten holen. Echt, ey. Okay. Damit er dann das weg packt. Ja. Achso, ich brauch meinen Helm. Ja. Ja. Hm. Crazy Cuts. Oh, das war der falsche Knopf. Jetzt bin ich kein Fan geworden. Verdammt. Achso, das ist mir auch schon mal passiert. Oh, das ist mir auch schon mal passiert. Oh, das war der falsche Knopf. das auf der Karte markiert. Oh Mann. Hat geklappt? Ja, hat das okay. Ach ja. Ja, Handy auf dem Bike gleichzeitig, ne? Ist manchmal nicht so gut. Ja, das stimmt. Wieso willst du dein Bad ändern? Ich dachte mir jetzt so, eigentlich habe ich gedacht, wegen der Party heute. Dann habe ich mir gedacht, dann mache ich es sowieso. Mal ein bisschen ordentlicher wieder auszusehen. Ja, was Elva gefällt, nicht wahr? Ja. Ich meine, mir geht es jetzt eigentlich besser soweit. Und dann muss ich jetzt einfach mal anfangen, mich mal wieder ein bisschen um mich zu kümmern, so. Ja, das finde ich auch. Wenigstens trägst du nicht mehr diese komischen Klamotten. Welche? Ich trage doch jetzt nicht wirklich was anderes. Ja, das müsstest du auch mal waschen legen. Aber ich meine, die, die, ähm, die anderen mit diesem Hoodie. Ach so. Ja, das liegt daran, dass der aber auch, äh, nicht mehr zu meinem offiziellen Kleidungsrepertoire gehört. Ja, ich weiß. Ich verstehe das schon. Ja. Ist aber vielleicht gar nicht schlecht. Aber stimmt, ja, die hat, das habe ich auch, deswegen hatte ich das auch zu dem Zeitpunkt an. Ähm, ah, wir fahren mal zur Tankstelle. Oh, das stimmt. Du wolltest ja gestern nicht tanken, glaube ich. Ich, ich, doch, ich war noch tanken, aber... Echt, waren wir? Ja. Okay, ich weiß nicht. Äh, dadurch, dass ich ja noch so viel rumgefahren bin. Nochmal, äh, ja. Ist hier nicht auch ein ATN, dann kann man da auch noch gucken, ja. Ja, ich wollte gerade gucken, ob das, ob das funktioniert, weil die funktionieren nicht alle. Na, geht? Äh, ja, es geht, aber ich habe gesehen, du... Was? Du hast mir, du überweist mir jetzt viel zu viel für die Miete. Ach, der Dauerauftrag. Ja, das musst du ändern, das sind 62 da. Und nicht 124. Mein Konto sieht richtig gut aus. Hallo? Ich habe mit dir geredet, Herr Sandvorte. Nein, ich ignoriere dich. Du brichst die Miete und fertig. Nein, ich möchte nicht, dass du für uns beide die Miete zahlst. Doch. Ist okay. Nein, bitte nicht. Hast du vorher auch alleine gemacht? Ja, das ist doch okay gewesen. Das war ja nur eine kurze Zeit, aber bitte halte den Betrag. Wo habe ich denn so viel Geld her? Wo hast du so viel Geld her? Das würde ich auch gerne. Äh? Ach so, weil ich an dem einen Tag bei Rainies und beim Yellow gearbeitet habe und dadurch auch die vier Stunden voll hatte für die Transferleistung. Und nochmal die Grundsicherung. Boah, bei Rainies gibt es echt viel Geld. Ich habe eineinhalb Stunden gearbeitet und habe 80 Dollar gekriegt. Boah. Sollte ich öfter machen. Wow, jetzt habe ich einen reichen Freund. Was machen wir bloß mit dem ganzen Geld? Ach stimmt, ich wollte noch Geld mitnehmen. Äh, von dem... Aber jetzt mal ernsthaft. Bitte machen andere Überweisungen. Nein, ist okay. Nimm mal deine Maske bitte ab. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Und dein... Dein... Ja, aber wir sind ja fertig jetzt, oder? Weiß ich nicht. Ich habe Angst. Das klingt echt nicht gut. Das ist ja schon der zweite. Okay, Chrissi arbeitet. Mhm. So, dann fahren wir doch mal. Sind die hier auch lang gefahren? Nee, die sind da vorne noch durch, ne? Ja, links sind sie gerade ausgelaufen. Äh, gefahren. Gelaufen? Gelaufen. Stell dir das mal vor. Spidi hat keine Streifenwagen mehr. Die müssen laufen. Oh Mann. Sehr gut. Ja. Demnächst dann wieder mit... Oh. Ja, ich wusste nicht, ob der jetzt hier durchfährt. Ja. Scheiße, wenn man in die Richtung... Jetzt fahr mal an die Seite. Wenn die kommen. Ja, ja. Äh, hä, wo soll ich denn hier rüber? Ach da. Aber fahren nicht durch diese Straße, das ist eine andere Ding. Oh Gott. Die haben sich bekriegt hier mit der Gang, wo ich früher gelebt habe. Echt? Ja, gegenüber der Straße. Die haben bei meinem Einzugstag irgendwie da in die Richtung geschossen. Ach du Scheiße. Ja. Und dann bist du da noch eingezogen? Ja, ich hatte schon mein Auto voll mit Kleidung. Shit. Und dann habe ich gesehen, dass die schießen. Oder gehört, dass er gesagt hat und gesehen, dass die da rumgelaufen sind. Ja. Ja, ich habe kurz überlegt, machst du das oder nicht? Und dann dachte ich, ach scheiß drauf, günstige Miete. So, haben wir jetzt mein Glück, dass keiner im Laden ist? Oder ist der Laden jetzt zu? Oh, nö. Oh Mann. Ist der Laden jetzt zu? Wirklich? Oder sehen wir noch niemanden? Ja, kann auch sein. Gucken wir gleich mal. Ah, hallo. Oh, da. Hallo. Es sah so ein bisschen aus, als hätte sie sich unterm Tresen versteckt. Ja, genau. Es kommt davon, wenn man ein Gartenzwerg ist. Ich würde gerne den Bad machen lassen. Ja, see. Dann such dir einen Platz, bitte. Es ist da ja nicht, ich halte nur mal, ne? So, ein Bad. Vollbad, kleiner Bad. Was meinst du, Elva? Wir gucken erst mal alles durch, oder? Genau, alles durchgucken. Okay, wie ihr wünscht. So, das ist Nummer Uno, ne? Den hast du ja gerade. Ich gehe in die Richtung. So. Genau das. Nein. Ja, das vielleicht, oder? Das, ja. Das muss man merken. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Also damit könnte ich leben. Okay, gut zu wissen. Okay, ich habe schon mal oft geschrien, ne? Damit du Bescheid weißt. Ja. Ich muss hier mal ganz kurz mein Handy in die andere Hose unterstecken. Alles gut. Das nervt mich, ne? Ja. Weiter den Text. Kleiner Traumgeburt, ne? Dann haben wir ganz ohne Bad, ne? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Hä? Hä? Oh mein Gott. Jesus Christ. Okay. So. Ui. Ach ne, große, fixe Zähne. Lass mich doch in Ruhe, ne? Immer wenn ich was zu tun habe, die ganze Zeit habe ich meine Ruhe, ne? Ja, das war so. Okay. 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 So, jetzt haben wir tatsächlich, ne? Oh. Hat dir nichts an? Was hältst du von diesen sehr gerade geschnittenen, wo relativ viel Bad ist? Ähm. Musst du mir mal zeigen. Ich weiß nicht, wo man meint. Da waren mehrere bei. Ne? Die sehr, also die nicht so ausgefranst aussehen, sondern wirklich sehr, ich sag mal, glatt gestriegelt. Was hast du von ihnen gehalten? Also wie gesagt, mir gefällt es entweder Bad oder, oder das, was ich gesagt habe. Aber sonst. Ja, du hast wie so. Nicht rausgesicht. Ich sag mal, das ist so feines Gesicht. Ich finde, nein, du hast ein Babyface. Ja, deswegen ist es mit Bad besser. Ja, aber wenn du dann so einen Stücken nimmst, dann ist das auch ein bisschen zu viel. Man kann den auch ein bisschen ausdünnen, dass es ein bisschen heller wirkt, ja. Ach so. Ja, dann. Das könnte man dann noch gucken. Ja, man könnte ja probieren. Mhm. Wenn es ausgedünnt ist, vielleicht sieht es gut aus. Ja, es geht. Sie hatten angerufen auf der Reichstelle. Ja, ich bin gerade noch im Laden. Ich muss aber gleich kurz mal auf die Toilette. Müsste es mir dann nur ein paar Minuten geben. Ja? Okay. Ja, geht. Geht klar. Okay. Bis dann. Schusen. Okay, sorry. So, welchen geraden Bad meintest du? Ähm, ich glaube einer der ersten, den du so mal gezeigt hast. Oh. Ähm, Moment. Tut mir leid, Moment. Alles gut. Moment, meine Mutter, sie ist gerade irgendwie. Alles gut. Ich finde sie seltsam. Wie sie redet. Und die Montage, findest du das auch? Ja. Ich habe schon mal mit ihr zu tun gehabt, ja. Aber es ist in Ordnung. Ja, ja. Ich bin ja öfter hier irgendwie. Immer hier. Oh, immer hier, okay. Ja, ja. Dadurch, dass das Funhaus hatte, sich das irgendwie so erledigt, ergebend. Und ja, irgendwie haben die dann immer auf, wenn ich da bin. Ich glaube, ich war einmal bei La Catrina und ich weiß gar nicht, ob ich im Mountain, nee, da war ich bisher immer nur, um die Perücken abnehmen zu lassen. Ja. Apropos, ich wollte mir noch eine Nummer einspeichern. Welche Nummer denn? Ich habe von einer, die auch bei Mountain arbeitet, eine Visionkarte, weil die halt auch Tätowiererin ist. Mhm. Und das wollte ich mir einspeichern, weil die kann ich dann nämlich sonst auch mal so anrufen, wenn irgendwas mit Perücken ist oder auch so Haarstyle oder so, ne? Okay, und wer ist das? Wie heißt sie? Äh, Mira. Oh, nee, die kenne ich nicht. Äh, Tattoo. Die hat mir auch das Tattoo gestochen. Und Traffic macht sie auch, deswegen. Und die hat dann halt so eine Visitenkarte. Es ist ganz praktisch, jemanden auch mal so anrufen zu können, ne? So wie Edgings, ne? Halt noch jemanden zu haben. Ja. Genau. Ähm... Ja. So wie er jetzt ist, findest du den doof. Den Bart. Ja. Irgendwie schon. Es sieht sehr ungepflegt aus. Und der andere war aber so ähnlich, oder? Den du ausgesucht hast. Ja, es ist halt nur unten und oben ist halt alles wegrasiert. Das ist, weißt du, so ein Kompromiss. Du hast ein Bart, aber du hast auch irgendwie keinen Bart. Okay. Und man sieht dann hübschen Mutternhalle im Gesicht. Okay, das heißt, diese ganzen, äh, Varianten, die über die Wangen gehen, fallen weg für dich, ja? Ich glaub schon, aber wir können ja gucken, ausgedünnt und so. Ja. Also. Aber wenn dir was jetzt wirklich ganz doll gefällt, dann nimm keine Rücksicht auf mich, ne? Wie es dir gefällt, das ist nämlich die Hauptsache. Ja, ich guck, ich guck nochmal. Wolltest du nicht deine Haare auch machen, oder hab ich das zu Hause falsch verstanden? Nee, ich wüsste eh nicht, was. Du hast gesagt, ich will meine Haare ändern, hab ich so in Erinnerung, oder? Und dein Bart danach. Eigentlich nur den Bart, ja. Ach so. Hm, ich hab mich schon gefreut. Was willst du denn mit meinen Haaren? Was, bitte, was? Die passen gut da, gut unter das Bini und auch ohne Bini sieht's gut aus, also. Zeig mal ohne, ich hab schon vergessen, was ich... Wobei ich im Moment überlege, dass sie vielleicht ein bisschen zu schwarz aussehen. Ja, das find ich auch nicht so unnatürlich aussehen, ne? Vielleicht, dass du das rauswaschen lässt, die Färbung, und bisschen natürlicher schwarz. Genau, ich hab ja, was man nun, also in diesem Licht irgendwie gar nicht gut sieht, die Strähnen sind ja so dunkelbraun. Dadurch ist es ein bisschen besser, aber das sieht man gerade gar nicht, stelle ich fest. Das siehst du nur am Tag, glaube ich. Aber ja, irgendwie, vielleicht einfach dunkelbraun dann machen, müssen wir mal gucken. Das würde das Ganze halt wieder ein bisschen aufhellen und dann vielleicht zum Bart farblich besser passen. Mhm. Ja. Ja, dann lass das doch mal machen, weil ich find die ein bisschen zu dunkel, aber ich wollte nie was sagen. Aber die Frisur ist... Ich glaub, das ist, seitdem ich die letzte Perücke abgenommen hab, nicht richtig von der Farbe. Das könnte sein. Weil AdGames nämlich nie aufschreibt, wie es vorher aussah, weil das immer nicht im Salon passiert. Und jedes Mal, wenn ich jemanden frage, nee, der hat nix aufgeschrieben. Ja, dann musst du halt ihm sagen, dann an dem Tag, schreib mir das mal bitte jetzt auf den Z. Ja, muss ich nächstes Mal eigentlich dran denken. Oder sag es mir durch und du schreibst es dir selber auf. Ja, genau. Das ist vielleicht sogar noch am besten, weil wenn er zu faul ist, dann sagt er vielleicht, ach nee, ich schreib es dir doch nicht auf. Ja, ja, ja. Und die Leute auch mal ein bisschen dran erinnern manchmal. Es ist auch vor allen Dingen immer so chaotisch, wenn ich das mit Rino mache und ihm. Es ist immer so, Zwischentür und Angel fühlt sich das ein und dann ist natürlich klar, dass er dann nicht dran denkt. Mhm. Das stimmt. Und du behältst das jetzt so, wie es ist? Tatsächlich bis... Bis Dienstag. Bis Mittwoch. Wir drehen Mittwoch. Wir haben doch den Termin verschoben. Achso, auch Mittwoch, ja. Ja, stimmt. Ja, ja, Mittwoch. Ja, okay. Also mittlerweile sieht sie richtig gut aus. Echt? Ich finde sie richtig gündig. Also wenn, dann hätte ich so diese ganz dicken genommen, die auch so runterhängen. Ja, das wird wahrscheinlich auch gut aussehen. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Aber Rino meinte, nee, ich will lieber das, weil das sieht gruseliger aus. Ja, das macht den Charakter vielleicht auch jünger einfach, ne? Die Rolle. Ja, genau. Aber gruselig hat sie auch gesagt. Gruselig, okay. Ja, aber sie hat gruselig gesagt. Ja, es soll ja so ein bisschen... Es geht ja um den Zombie-Film. Das muss ja Horror sein. Ich bin schon aufgeregt gegen Mittwoch. Da muss ich meinen Anwalt anschreien. Stell vor, er nimmt das persönlich und dann verteidigt er mich schlecht. Ja, vor allen Dingen musst du nicht nur anschreien. Da passieren ja Dinge... Also, ne? Es ist ja dann auch... Wenn ich das, was ich jetzt von den Fetzen, die Rino so erzählt hat... Äh, der Charakter muss da ja auch irgendwie wieder rauskommen. Also, da... Das wird, äh... Was? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das erzählen, ich erzähle, glaube ich. Nein, also, sie hat mir erzählt, dass das ja so ein Fallenstell-Ding ist, äh... Achso, ja, doch. Ich muss ihm... Nee, oder er hat mir eine Falle, glaube ich, gestellt. Das hat sie, glaube ich, auch gemeint. Ja, und Rino wird, glaube ich, auch... Also, die Figur, die sie spielt. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Äh, doch, weiß ich. Ha! Habe ich doch schon mit ihr gedreht. Das, was wir gedreht haben, war ja quasi eine Rückblende. Ah, okay. Ja. Nein, ihr müsstet mir ganz kurz nochmal ein paar Minuten geben. Ja. Ich muss kurz auf die Toilette. Alles klar, kein Problem. Es tut wirklich... Alles gut. Kein Stress. Ich bin gleich wieder da. Ähm, braucht ihr was denn trinken? Nee, das geht so. Nee, haben wir alles gut. Okay. Okay. Tut mir trotzdem schrecklich. Kein Problem. Ja, macht nichts. Alles gut. Das passiert doch jedem mal, ne? Das ist halt so. Was? Ja, das... Macht sie das öfters? Nein, 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 das meine ich nicht. Aber grundsätzlich kann das ja jedem passieren, so, ne? Ach, jedem passieren. Entschuldige, ich habe verstanden, dass es jedes Mal passiert. Ach so, nein, tatsächlich nicht. Das ist das erste Mal. Okay, gut. Nein, nein, aber ja. Ja, klar, das kann jedem passieren, das stimmt. Das passiert. Ähm, wir haben ja Zeit mitgebracht oder so, ne? Wir lassen nur Chrissy warten und die denkt sich, warum brauchen die zwei Stunden für einen Bart? Ja. Mein, ja. Dann kann ich ja mir endlich mal die Nachrichten hier durchlesen von Yellow. Stimmt. Ich habe es nicht geschafft. Stimmt, stimmt, stimmt. Siehst du, ich hätte ja mal die Überweisung tätigen können, ne? Wo war? Welche Überweisung? Ah, ich habe, ähm, ja, wo ist denn das? Oh Gott, 6.10., ups. Ups. Ich sollte vom 6.10. an innerhalb von 7 Tagen Geld überweisen. Upsi, das ist völlig untergegangen. Ja, ich habe dir doch Rosen gekauft. Erinnerst du dich? Ja. Ja. Und ich hatte nicht genug Geld dabei, also habe ich aus Rechnung gemacht. Ich habe das vergessen zu bezahlen. Die Rosen, die du gekauft hast, hast du eigentlich nicht gekauft. Die sind bis bezahlt. Du hast sie geklaut. Nein, ich habe sie nicht geklaut. Die haben ja meine Daten und so. Das ist ja, äh. Ja, dann sollen wir mal kurz rüber gehen, weil sie braucht ja noch. Dann können wir das jetzt erledigen. Äh, ja, nicht, dass sie sich dann gleich wundert, wenn sie dann doch früher da ist. Ich meine, ich mache es gleich. Das ist schon okay. Äh, warte. Ich schreibe zur Sicherheit einen Zettel. Okay. Äh. Das von deines Team muss ich auch überweisen noch. Ich muss heute auf jeden Fall arbeiten. Gleich wieder da. Ich kann dir das Geld zurück überweisen, was du mir teilst. Nein, ich habe trotzdem genug Geld. Ich habe nur gesagt, ich muss wieder arbeiten. Nicht, äh, da kommt noch eine Kundin. Ich glaube, ich sage ihr auch direkt Bescheid. Oder? Hallo, ich habe eine ganz kurze Frage. Ist Sophia heute am Arbeiten? Äh, ich weiß nicht, wer am Arbeiten ist, aber die ist auf Klo. Hat die einen blonden Zopf so zur Seite nach vorne? Okay, dann ist es Sophia. Was? Hat sie blonderer? Wirklich? Ja, das ist so ein hellblond, irgendwie so meine ich. Ja, genau. Achso. Und das ist meine beste Freundin, die suche ich, weil eine Freundin von uns ist, äh, aus dem Koma erwacht. Oh. Und ich bin gerade so, oh mein Gott, wir müssen selbst die. Ja. Und ich weiche sie nicht, sie hebt nicht ab und ich mache gerade... Ja, ja, sie ist, äh, sie ist, äh, die ist gerade irgendwie viel beschäftigt und jetzt, wie gesagt, auf Klo. Und deswegen, äh, ja, warten wir halt auch, aber ist halt so passiert. Achso, ich dachte, sie arbeitet, also irgendwer von euch beide... Nein, 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 nein. Nee, gar nicht, sie sind Kunden. Nee, nee, wir sind die Kunden. Also, ich dachte, die, die, also die Dame hier arbeitet, hier, weil sie gerade so schon so da gestanden ist. Achso, nein, 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 äh. Achso, dann tut es echt leid da, das wollen sie dann natürlich nicht wissen. Nein. Ähm. Nee, aber wir gehen kurz zum Ergäteautomaten sowieso. Ja, okay. Wir sind gleich wieder da. Also, falls sie wieder da ist, bevor wir wieder da sind, ne? Ich weiß Bescheid. Okay, super. Okay, dann bis gleich. Ja, bis gleich. So, und wo ist hier einer? Ähm, der ist, glaube ich, wenn man da geradeaus geht, um die Ecke. Hinter dem weißen Auto. Ja, stimmt. Da hast du recht, ich erinnere mich. Hier war ja früher Prolabs. Ah, okay. Zwei FD-Löschtzüge. Ja, was? Ja, da waren gerade zwei FD-Löschtzüge vom FD. Oh, okay. Aber wenn sie sie natürlich jetzt mit zum MD nehmen will, dann wird das auch nichts mehr. Ja, ich habe auch schon gerade geguckt bei einem anderen Friseuraufwand, aber egal, wir waren als erstes da, also. Ja, ja, ja. Ich meine, wenn sie aufgewacht ist, ist ja jetzt nicht, dass irgendwas ganz dringendes ist, ne? Ja, genau. Ich bin dein Bodyguard. Ja. Weiße. Was? Ich habe noch eine Taschenlampe mit. Das ist eigentlich besser, wenn ich die mal wegpacke, zu Hause lasse. Das stimmt. Das können wir ja sonst gleich noch machen, oder? Ja, wegen Rhin. Sie hat gesagt, ich soll es mitnehmen, aber wir haben es nicht gebraucht und dann ist nichts zu. Ja. So. Habe ich das jetzt auch überwiesen. Dann kann ich deines dir eigentlich auch noch machen. Wir schon mal hier stehen. Ja, mach das. Äh, haben die auch irgendwo eine Nummer? Da. Und die Nummer wäre ganz gut. Ich überlege gerade, ob ich Chrissy frage, ob sie hierher kommt, dass die Friseurin eh ja Zeit hat. Äh, keine Zeit hat. Okay. Wäre das okay für dich? Ja, klar. Mit Vertrags-Nummer nehmen wir mal mit als Verwendungszweck. Also, ich wollte fragen, willst du herkommen, dass wir hier reden, oder? Willst du warten? Okay. Okay, gut, dann dauert Zeit noch, ne? Okay, gut, dann bis später. So. Tschüss. Okay. Sie hat keine Zeit, das ist gerade schwierig, sagte sie. Okay. Wenn das jetzt noch mehr Kunden sind, ne? Egal, du setzt dich gleich wieder auf den Stuhl. Ja. So, ich habe jetzt die Rosen bezahlt und deines dir auch bezahlt. Und ich bin immer noch über 1000 Dollar. Sieht doch gut aus. Oh, das ist sehr gut. Ja. Ja. Tja, dann gucken wir mal, wann sie wiederkommt. Ja. Ich glaube, du siehst gerade wirklich aus, als würdest du hier arbeiten. Ja, ich habe mir schon überlegt, wie ich so tue, weißt du. So, hier. Deine Haare durchwischen. Oh Mann. Sag, ich habe brisiert. Sie sind fertig. Das macht 2000 Dollar. Was? Das sind deine Fingerspitzen aus Gold, oder? Ja, natürlich. Müsstest du doch am besten wissen. Ja, das sowieso. 2000 Dollar nur fürs Frisieren. Ich hoffe, sie kommt bald. Ja. Ist auch blöd immer, ne? Wenn man allein im Laden ist, so. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, das sind auch Kunden, sonst würden sie nicht da vorne stehen. Das denke ich auch. Oh, jetzt gucken die mich so an. Hast du gut gemacht. Das ist ja schuld. Oh. Ich kann die ja durch den Spiegel beobachten, insofern. Aber ist es gerade schlecht? Ist sie jetzt im Yellow, oder? Warte mal, ich gucke mal, ist er die P. Keine Ahnung, sie hat sich auch wieder, guck mal, schon gehört, dass Finn was los ist. Aber ich wollte jetzt nicht fragen, weil ich dachte mir. Nur Noah. Wieso ist Noah alleine im Yellow? Er darf. Nico hat sie nicht so laut. Ja, 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 ja. Ich, ähm, lese mir jetzt mal die Nachrichten durch. Ja, das ist eine gute Sache. Maik, muss ich auch noch antworten? Ja, wer ist jetzt gerade eingestellt? Noah. Noah, okay. Bennett hat heute auch schon anscheinend gearbeitet. Halbpuff hier angenommen. Er soll aufhören, das Yellow Jack Jackie zu nennen. Das regt mich schon die ganze Zeit auf. Echt? Jetzt sagt er das? Wir bringen Jackie auf die Nummer eins. Das hatte er irgendwas schon... Oh Gott. Ich bin unterwegs zu Jackie oder so, hat er letztens auch schon geschrieben. Oh Gott. Äh, ich weiß nicht. Es ist so ein, ich krieg das Kotzengefühl, weißt du. Oh. Ja, ich merk schon, dich regt sehr auf. Ich zieh's nicht gerade bei mir alles zusammen. Also, guck der Typ gerne hierher zu mir. Ich geh gleich an die Kasse und sag, oh, guten Tag, was kann ich besitzen? Mach das lieber nicht. Ähm. Was? Ja, jetzt hab ich das. Wir bringen Jackie auf Nummer eins. Oh Gott. Das nennt er... Oh Gott. Er hat ja geschrieben, er hatte so viele Kunden wie lange nicht und so viel eingenommen wie lange nicht, ja? Ja. Er hat 200... 240 Dollar eingenommen. Das ist nichts. Ja, aber er arbeitet erst zwei oder drei Tage. Ja. Wie lange nicht mehr. So, Noah ist jetzt anscheinend alleine da und hat halt zwar auch Dings aufgemacht, aber anscheinend noch keine Kunden gehabt. Unus hat schon wieder bestellt. Okay. Aber das ist auch schon im Kühlschrank, so wie es aussieht. Das ist gut. Ja, das ist ja jetzt mehr als genug da gewesen. Aber dass sie schon wieder bestellt haben nach der Riesenbestellung, find ich krass. Ich muss dir was sagen. Also ganz anderes Thema. Okay, ja. Morgen ist von Unicorn, ähm, die Rechtsberatung. Ach, scheiße, stimmt. Und das Problem ist, was findet statt bei meinem Anwalt? Was? Ja. Oh. Und ich wollte eigentlich mir noch überlegen, ob ich hingehe, aber jetzt weiß ich überhaupt nicht, ob ich hingehen sollte. Oh Gott. Oh, wie viel Uhr ist das nochmal? Oh, das ist eine gute Frage. Muss ich nachdenken, warte. Ich glaube halb neun oder so. Oh, warte. Ich werde angehoffen. Ja, ja, ja. Ja? Hi, ich komme gleich zu dir. Ähm, da wo wir beide waren. Hi. Lena, was ist das? Ja, genau. Elin ist aus dem Koma erwacht. Ja, super. Okay, bis gleich. Wirklich. Sie kommt vorbei. Okay. Willst du den zweiten Nackenklatscher kriegen oder was? Nee, gerade bin ich ein bisschen genervt, Lena. Warum das? Stress? Meine Mutter, lass es einfach. Ja. Ja, ich warte gerade, dass wir gemeinsam hinfahren können. Ja. Aber erst musst du die Kunden loswerden. Nee. Das macht sie jetzt wirklich. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Oder? Nein, macht sie nicht. Okay, also du hattest von einem verlänglichen, erlänglichen, geraden Farbgerät. Ja, ich glaube, das ist jetzt einer der ersten gewesen, die du gezeigt hast. Okay, aber ich bin in die Richtung. Der da vielleicht? Was hältst du von dem, Elva? Ja, kommt vielleicht auf die Farbe an. Wenn es ein bisschen ausgedünnt ist, meinst du? Achso, wir wollten die Haare nämlich farblich ein bisschen daran anpassen, weil die sind viel zu schwarz. Genau. Dass man das ein bisschen rausfäscht oder so. Wollte man ja mal gucken. Am Bart kriegt man auch noch ein bisschen dunkler, ne? Ja, okay. Nee, wenn sie ein bisschen heller, glaube ich. Du willst ihn lieber heller? Nee, ich würde dunkel gerne mal sehen. Achso, okay, na gut. Du bist der Chef hier. So, das ist das Dunkelste, was geht, ne? Ja. Das finde ich gar nicht schlecht. Also ich glaube, wenn die Haare ein bisschen heller werden, dann wird das gut zusammenpassen. Eva sagt nichts mehr. Nicht gut? Ja, das müsste man sehen, ne? Glaube ich, mit den Haaren. Ja, genau, sehen und... Ja, das ist... Okay, Moment, 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 dann mal... Moment, ja. Muss ich mir eben kuddeln? Wo habe ich meinen Stift? Da habe ich ihn hingelegt. Also... So, okay, also den hier... So, und dann die Haare anpassen, hast du gesagt, ne? Ein helleres Schwarz, ne? Genau, also wahrscheinlich wird es ein dunkelbraun sein, oder? Also eigentlich ist das gar kein komplett Schwarz, ne? Irgendwie... Dunkelbraun... So. So. Ich sehe gar keinen Unterschied. Ja, man sieht ein bisschen... Wissen ja, ich glaube, wenn man die... Ohne guckt, das ist ein bisschen schwarz? Das ist ein bisschen schwarz? Ja, ja. Also das ist ein großer Unterschied. Okay, ja, das stimmt. Jetzt so im Vergleich schon, das stimmt. Vielleicht mit den Strähnen, wenn man die heller macht. Ja. Bitte was ist es? Ja, so wie es... Das ist das dunkelbraun jetzt. Das ist das dunkelbraun, ja. Genau. Oh, der kann natürlich noch... Welche Heimat füren? No. So? Also das ist... Das sind die Strähnen nicht so heft, ne? Mhm. Was meinst du, Elva? Nee. Du kriegst dich begeistert. Ja, ich finde es dir noch immer irgendwie zu dunkel. Es ist immer noch so dunkel, ja. Haben wir, wenn wir die, die, äh, über die Strähnen vielleicht ein bisschen Helligkeit reinkriegen noch? In die Haare? Ja, das sieht schon besser aus, finde ich. Das ist ein bisschen natürlicher aussieht irgendwie noch. Ja, genau. Also so zum Beispiel kann man noch so heller machen. Ich finde dann, mit den Strähnen wird das ausgeblichen, ne? Ja, ja, das sieht dann auch... Das geht dann so ein bisschen in Richtung Orange tatsächlich, ne? Ist nicht so... Echt? Ja, finde ich. Okay. Ich finde auch nicht, muss ich sagen. Nee, das sieht aber nicht so gut aus. Zu hell. Oder, Elva? Ja, das ist fast nicht zum Bad dann. Ja, ein bisschen zu hell. Ja, so, so ist gut, glaube ich. Könnte man... Das sind ja die Strähnchen, oder? Ich, ähm, muss immer zwischendurch mit Strähnchen und Hauptfarbe was ändern. Also ich würde vielleicht die Hauptfarbe braun machen. Das, das ist schon braun. Ja. Achso, das ist es schon. Ja, ja. Das ist schon... Vielleicht ist es ein dunkles braun, ja. Vielleicht ist es schon heller? Heller? Ja, das wäre zum Beispiel das hellne, dann schon... Das ist auch ein dunkles braun. Das ist gar nicht schlecht. Und da sind die Strähnen. Ja. Ja. Oh, das? Naja, okay, nicht so ganz so hell. So. Ach. Die Strähnchen sind ein bisschen zu hell, oder? Ja, der Kontrast ist, glaube ich, zu stark, ja. Also ich finde, der Ansatz und die Strähnchen vorne, die sind halt irgendwie zu dunkel. Ja, das ist aber... Das kriegst du bei der Frisur nicht anders hin, glaube ich. Achso. Ja. Ich verstehe. Aber so ist... So ist gar nicht schlecht. Hm? Das ist jetzt halt das Dunkelbraun mit einem... Hellbraun? Entschuldigung. Ja. Ich habe gerade Dinge gesehen. Also mit einem hellbraun. Oder eher hell, schwarz, mehr. Ja, ja, ja. Ich finde das gut. Was meinst du, Eva? Ja. Ja, es geht. Es geht? Es ist okay. Es ist okay. Was gefällt dir nicht? Ich glaube, dieses Strähnchen, weil das wirkt so ein bisschen grau. Aber Hauptsache, es gefällt dir, weißt du. Ich könnte damit auf jeden Fall besser leben, als vorher. Hi. Hi. Ja, die Farbe meine ich. Okay. Also das ist ganz dunkle Schwarz. Ja, ja, das ist... Ich finde das so auch besser. Okay. Ja, dann... Ja, dann machen wir das so. Und so, wie es jetzt ist? Oder verwirrt? Ja, ja. Okay. Okay. Mit dem Bad, ja? Ja. Ich warte draußen. Okay. Brauchst du mich hier noch? Nö. Zur Beratung? Okay, gut. Dann rede ich mal kurz. Alles klar. Moment, ich bin gleich da. Ja. Die ist voll im Stress. Es tut mir gerade ein bisschen leid. Vielen Dank. Vielen Dank. Das klingt sehr stressig alles. Gerade fühle ich mich gestresst tatsächlich, weil meine Freundin liegt, meine beste Freundin fährt, toll. Eine Freundin liegt halt, ist halt im Koma gelegen, jetzt kann ich nicht zu ihr, weil ich... Das ist halt auch das Problem, wenn man alleine im Laden ist, ne? Nein, das ist schon. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, aber wieder zumachen dann. Äh, ja, tatsächlich hatte ich vor, danach Feierabend zumachen. Ja. Weil, ähm... Ich hab da auch einen privaten... Eben, ist halt so. Ja, ich glaube, ich würde das so oder so irgendwie nicht sehen und Layla würde mich wahrscheinlich grad hassen, so. Äh, ich mein, aus dem Koma wieder erwacht, klingt ja erstmal positiv. Das heißt, es geht ja auch noch später, sie zu besuchen. Ja. Das ist ja nicht das Ding, wir haben halt schon die ganze Zeit versucht, so rauszufinden, was mit ihr los ist und so. Ah, okay. Und ich hab gesagt, ich kann sie erst besuchen, wenn, ähm, Layla mit dabei ist, weil ich das halt mit den ganzen Schläuchen und so nicht sehen will, ne? Ja, 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 das kann ich verstehen. Ähm... Ja. Und jetzt wäre Alienwache und ich kann nicht. Hm. Keiner meiner Kollegen hier ist. Aber er ist schon noch, wenn sie es auch auf mich ist, dann ist das halt so. Nehm, geht weiter. Ja. Er fliegt auch wieder. Meistens. Ja, ich denke schon. Ich denke halt einfach, das Problem war, ich hab sie jetzt halt ein bisschen auch... Angezickt, weil ich genervt war von meiner Mutter. Ja. Das ist einfach anders. Das ist halt, also... Ja, ganz ehrlich, damit muss man halt dann leben. Also, andere Leute haben auch Gefühle, ne? Ja. Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Jede Tattoo sind immer mal da, mal weg, mal da, mal weg. Das liegt aber, glaube ich, hier an dem Laden. Oh, das liegt an ihr, weil das ist mir bei ihr schon mal aufgefallen, meine ich. Aber ich seh sie halt nur hier. Keine Ahnung. Flop, wieder weg. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil so viele Leute sind jetzt hier nicht. Vielleicht ist das MLO zu krass. Also das Gemappte halt. Ne, jetzt sind sie wieder da, ich weiß es nicht. Im Spiegel sind sie halt weg. Das ist okay. Ah. Ich kann ganz kurz meine beste Freundin erinnern auf mich. Ja, klar. Alles gut. Kann ich voll verstehen. Ich bin gleich wieder bei dir, ne? Ach je. Stress am Arbeitsplatz. Ich liebe sowas ja auch. Jetzt muss ich aber tatsächlich noch mal gucken. Das war gestern so stressig. Was er da noch geschrieben hatte. Ach, das meinte er. Das Observatorium laufen und einfach mal eine Hallo sagen vorbeigehen. Wirklich nur, dass die weiße Phase ist. Das wäre nicht gut gewesen für das Gespräch. Aber ich konnte mich auch nicht darauf konzentrieren. Äh. Du hörst dir mal, dass wir euch hier noch gehen. Während ich das Gespräch geführt habe. Das hat nicht funktioniert. Okay, ich kriege noch eine aufs Maul, aber es ist alles gut. Das klingt nicht gut. Ja, durch das. Damit kann ich leben. Ich habe sie angezickt. Das ist schon okay, so. Okay. Das ist schon okay für mich, ja. Auch wenn ihr das so löst. Das ist so eigentlich nicht. Aber es hat mich dumm nachher gebracht. Okay. Ich habe mich jetzt entschuldigt. Jetzt bin ich glücklich. So. Sehr gut. Okay, du darfst dich gerne da rübersitzen. Ja. Dann rübersch mal das aus und... Ja, leider gehen diese Stühle nicht. Ich fühle, wenn es zu heiß oder zu kalt ist, ne? Ja. Aber ich habe immer Glück. Das klappt immer super. Ich fühle es. Ich fühle es. Als wüsste man immer direkt, was so enthält, ne? Ja. Ich meine, ihr macht das ja jetzt auch schon eine Weile. Ihr habt da ja auch so ein bisschen Erfahrung, glaube ich. Was die richtige Temperatur ist. Ein Wiesel. Ja. Die, 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 die. Habe ich dieses Lied im Kopf? Das ist schon Lied. Das weiß ich nicht. Ist nicht mein Ohrwurm. Ich muss nachher, ich gucke, was für ein Lied das ist. Ich kenne es schon Jahre, aber ich habe es immer. Ja, okay. Eieiei, komische Ohrwimmer. Solange man Spaß damit hat. Ja, mit Ohrwimmern habe ich immer schon. Immer eine gute Leune, Dinger. Ja, das ist doch die Hauptsache. Ich glaube, er hat jetzt den gleichen Part wie Jim. Du siehst, du hast nicht so lange Haare, ne? Ich werde sie dir gleich föhnen noch, ne? Ja. Erst ein bisschen rumrubbeln, ne? Ich schüttel kurz den Kopf durch, ne? Ja. Ich merke das schon. Oh Gott. Oh no. Hi. Hi. Alles gut? Ja, klar. Bei dir? Ja, wieder. Okay. So, du kannst dich wieder hier hinsetzen. Jo. Und dann füllen wir deine Haare noch, kämen die durch und dann haben wir es geschaut. Super. Klass, ne? Ja. Die, 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 die. Aber der Bart ist eine bessere Wahl. Ich sag's, wie siehst du, der andere war auch ganz okay. Ja. Aber der hier ist besser. Ja. Sieht ein bisschen gepflegter aus. Ja, definitiv. Ja. 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 So ein bisschen, ne? Ja, ja. Ja, vielleicht mag die Dame aber auch ein bisschen ungepflegt, ne? Ja. Also so ein bisschen, ähm, aeropik und so. Was weiß ich, wie man das nennt. Keine Ahnung. Nee, das ist ja genau das Problem gewesen, was sie damit hatte. Weißt du, meine gute. Okay, ja, dann ist das gut, dass du dich anders entschieden hast, ne? Ja. Das ist viel besser. Sonst darf ich mir wieder anhören, ich sehe aus wie ein Penner, also. Du siehst gar nicht aus wie ein Penner. Nee. Du hast doch gar nicht den Look für ein Penner, also. Ja, sie meinte, je nachdem, was ich dann für Klamotten dazu anziehe, sieht das dann mal so aus. Aber ich dachte, na toll. Danke. Aber das Wichtigste ist am Ende, dass du dich darin wohlfühst. Ja, eben. Stell dir vor, ich würde mich anziehen, so wie es meine, so wie es manche Leute gerne hätten. Boah, ey. Ja. Ja, nee, das geht nicht. Ja, das heißt, da habe ich gar keinen Bock zu. Sag ich dir was jetzt, ne? Ja. So, ich halte meine Spiegel so ein bisschen hinten hin, damit du das auch hinten sehen kannst. Ja, super. Ja. Ja? Finde ich gut. Finde ich gut. Passt das so? Ja, passt. Perfekt. Okay, dann haben wir es geschafft. Sehr gut. So, ich muss einmal gucken, wie viel das das ausmacht, ne? Ja. Ohne Momento. So, wir haben einmal, haben wir gemacht. Und Bart. Da wären wir bei, oh Gott, ich finde mal der, 55 Dollar. Alles klar, passt so. Dankeschön. Nein, danke. Ja, nicht zu viel Stress. Ja, schönen Abend noch. Dankeschön. Ciao. Ciao. So, wollt ihr weiter alleine bleiben, oder? Nee, das ist gut, dass du herkommst. Warum ruft Valeria Chrissy an? Was? Ja. Scheiße, was? Was hast du den Mayhams erzählt? Pass auf, das war aber, man muss halt sagen, das war an dem Tag, wo ich mir das erzählt hat. Der hat mich um 10 nach 11 oder so angerufen. Und dann bin ich ja mit Rico nach Hause und hab mich pennen gelegt. Ja. Und ich hatte dann am anderen Tag, als ich aufgestanden bin, einen Anruf in Abwesenheit um 20 vor 1. Ich kannte die Nummer nicht, aber hab sie zurückgerufen gestern, da ist niemand reingegangen, heute nochmal, weil ich dachte, das ist irgendwer von Alice Moments oder so. Ja, ja, ja. Und da hat sich Valeria gemeldet. Ach, scheiße. Sie meinte so, hey, na, weißt du, wer ich bin? So, nee, um ehrlich zu sein nicht, klar, hab ich sie erkannt. Weil sie mir schon mal Probleme gemacht hat. Oh, okay. Und, ähm, aber ich hatte gesagt, nee, um ehrlich zu sein nicht. Und dann meinte sie, sie ruft in 10 Minuten noch. Hat nicht mehr angerufen. Ich denke mal, sie wollte mir einfach drohen, dass ich das niemandem erzähle. Ja, ja, ja. Was ich mir auch nicht vorhatte. Ja. Aber sie hat dann jetzt nichts mehr gesagt, oder also, es gab kein richtiges Gespräch? Nee, ich hatte heute Mittag mit ihr telefoniert. Ich kann dir sagen, wann... Heute Mittag hast du schon mit ihr telefoniert? Nee, um heute Abend war es, Entschuldigung. Um kurz vor acht. Was hat sie gesagt? Ja, dass sie in 10 Minuten nochmal anruft. Aber das hat sie nicht gemacht. Hä? Nein. Warum sagt sie die ganze Zeit, sie ruft dich wieder an und dann ruft sie doch nicht an? Und wann war das? Also, sie hat halt, als ich das, als wir da im Yellow waren, als Piet mir das erzählt hat. Ja, ja, ja. Ich hatte sie halt angerufen. Nicht mal jetzt zuletzt. Ja, äh, ich hatte sie gestern angerufen, da ist sie nicht drangegangen. Ja. Und heute habe ich es dann noch probiert und da ist sie drangegangen. Und wie viel Uhr war das ungefähr? 20 Uhr. 20 Uhr. Das ist seitdem nicht mehr gemeldet. Okay. Ich hoffe, das bleibt dabei. Jetzt aber auch... Ja, bitte weckt keine schlafenden Hunde. Ja, vielleicht besser, ja. Ach, scheiße. Ich habe gesagt, auch gerade schon selber, ich habe keinen Bock auf Stress mit den Mayhams oder den Marabuntas. Ja. Wir haben gestern alles geklärt, für mich war alles cool. Eben, also von meiner Seite auch. Aber ich habe keinen Bock, dass da irgendwie was von den Mayhams oder so kommt. Ja. Wie gesagt, ich habe dir ja auch gesagt, dass ich nicht kündige, ne? Ja, ja, eben, also, aber... Also, ich sage es dir, wie es ist. Wenn da noch irgendwas kommt, dann hat das nichts mit mir zu tun. Dann... Ja, aber das ist halt das Problem. Na? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Vielleicht kannst du mit denen reden oder was auch immer, weil... Ja, ja. Kannst du versuchen. Vielleicht so am besten, dass es nicht aus meiner Richtung kommt, ne? Ja. Dass du da selber auf dich zukommst und vielleicht, ne? Ja. Okay, wir haben alles geregelt, alles cool. Das habe ich denen eigentlich auch schon mitgeteilt. Also... Ja, das wollte ich gerade fragen. Das, was ich dir gesagt habe, hast du denen ausgerichtet? Äh, was meinst du? Dass ich das selber kläre mit Chrissy und... Das, was Sieg gesagt hat, dass er das sein lassen soll, mit einmischen? Ähm, ich habe heute noch nicht mit ihm wieder geredet, aber der letzte Stand war gestern noch, dass ich gesagt habe, es ist alles geklärt. Vielleicht kam es jetzt halt auch nur, weil ich Valeria angerufen habe. Das kann sein, ja. Vielleicht wollte sie einfach nur sagen, ja, ne? Pass auf oder so, keine Ahnung, I don't know. Sie hat ja auch nicht mehr zurückgerufen, vielleicht ist es durch. Ja. Wie gesagt, ich habe da nur keinen Bock mit den Mams oder dem Marabunt, dass irgendwas kommt. Nee, 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 nee. Ne, weil... Macht euer Ding. Ich bin ehrlich, ich bin da auch raus. Ich habe da auch im Ernstenschen keinen Bock drauf. Ähm, ich will einfach arbeiten gehen. Ich will danach ein bisschen Schuss haben und dann irgendwann pennen gehen. Ja. So, und was ihr dann privat macht, soll eure Sache sein, ne? Ich habe dir dazu gestern was gesagt, ne? Ja. Und wie gesagt, für mich ist das cool. Ich bin mit dir cool, ich bin mit Elva cool. Aber, ne? Ich habe da keinen Bock auf Stress mit den Mams. Ich bin wegen diesem Anruf heute extra nicht ins Yellow gefahren. Ich war noch kurz dabei, weil ich einen Rucksack dabei hatte. Okay. Wie gesagt, ich will da nicht meinen Job kündigen müssen oder so, ne? Nee, nee, nee. Nur weil die Mams da abhängen, ne? Ja, das tun sie halt, ne? Ja. Ich horch mal, beziehungsweise ich guck mal, ich treff, ich glaub, ich häng dann, ich guck mal, ob die da sind. Ich häng einfach so mit denen ab und vielleicht erzählen sie ja selber irgendwas. So erstmal, dass ich jetzt nicht schlafende Hunde wecke, wie du sagst. Wie gesagt, es kann halt sein, dass die, Tim hat mich halt vor ein paar Tagen angerufen, als ich das erfahren hab, ne? Ja, ja, richtig. Du sollst sagen, er erzählst keinem, wie auch immer. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, zwischen dir ist alles cool, aber... Ja, 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 ja. Ich hoffe, die... Das andere ist wahrscheinlich ein zwischenmenschliches Thema, ne? Aber wie gesagt, ich hab einfach keinen Bock auf Stress mit dir. Nee. Oder müssen nachher bunten. Also, das muss auch nicht sein. Also, es ist auch... Also, ja, aber dann, weiß ich nicht. Das Problem ist, ich kann die natürlich auch nicht auf die Finger klopfen, wenn die irgendwas machen. Kannst du versuchen. Nee, aber es war halt ein bisschen kacke, die halt auch mit da ins Boot zu holen. Das Ding ist, ich hab halt sowieso Kontakt mit denen. Und die haben das halt mitbekommen. Und, ja, es ist, äh... Ich hab wirklich... Alles... Also, ich hab sehr viel abgewendet. Die haben ganz andere Ideen gehabt. Und ich hab... Ja, aber warum... Was haben die gedacht, was ich mache? Ich hab keine Ahnung. Ja, ja, ich weiß nicht. Es klingt halt so, als ob ich das durch die ganze Stadt... Ja, ja, nee, eben. Es klingt so, als ob ich irgendwelche Schläger-Trupps aufsetzen wollen würde, was seit... Überhaupt niemand plant. Ja, aber die denken halt so, weil die so sind, ne? Ja, aber dann, ne? Ich hab nichts gemacht. Und wir haben es gestern geklärt, so. Ich find's halt blöd, dass ich jetzt wieder Dei-Tragende bin, so, ne? Ja, ja, ja. Obwohl ich nie irgendwas Schlimmes vorhatte. Ich wollt's halt mit euch klären, so, ne? Ja. Aber das ist halt super scheiße, einfach. Ist es auch. Also, ich... Wie gesagt, ich guck mal, ob die irgendwas... Ob die mir irgendwas erzählen. Ob die noch irgendeine Scheiße vorhaben, oder so. Und... Aber ich würd jetzt nicht drin rumstochern, weißt du? Ja, ist halt auch zwar so weg, keine schlafenden Hunde bezogen. Ja, ja. Gerade auch nicht in Bezug zu Valeria, weil wenn sie mich nicht anruft, hat sie mich vielleicht vergessen, oder ne? Für sie ist das auch durch, was auch immer. Ja. Aber ich will's halt auch nicht dann weiterführen, dieses Thema. Ja, ja, ja. Versteh ich. Es bleibt jetzt hoffentlich dabei. Ja, ich hoff's wirklich, weil... Wenn immer die Leid tragen, nur für die von anderen. Ja. Und ich sag's euch, ich hab da auch echt keinen Bock mehr drauf. Nee, das ist völlig verständlich. Okay, ja, mhm. Ja. Ansonsten, wie sieht's sonst aus bei euch? Ja, ganz gut. Wir sind jetzt in der Richmond Villa. Okay. Ja. Was macht ihr in deiner Villa? Ja, die haben wir für deinen Geburtstag eigentlich gemietet. Da wollten wir heute eine Überraschungsparty schmeißen. Ja, die ist aber ins Wasser gefallen und jetzt bedrinken wir uns da sinnlos. Okay. Ich hab' aber noch was für dich im Auto, wenn du was tragen kannst. Ausgeführt. Wie viel? Ähm. Das... Können wir kurz zu dein Bike? Ja. Kofferraum. Weißt du, kann es sein, dass Valeria sie anruft wegen... Wegen, ähm... Nein, das ist tatsächlich an dem Abend gewesen. Nee, nee. Das ist von... Weil sie hat's ja selber gesagt. Das ist an dem Abend gewesen. Äh... Wo ich da noch Pete umgenockt hab. Okay, warum hat sie dann... Was sie wohl angerufen? Ähm... Überlege gerade. Ich glaube auch, dass sie ihr sagen wollte, dass sie nichts erzählen soll oder sowas. Und ich konnte aber gar nicht so... ...schnell reagieren. Und war dann auch ganz froh, dass sie nicht rangeht, weil danach... ...hatten die dann die Idee mit Pete. Gut, dann zack ist ihr so. Dass sie ein bisschen beruhigter ist. Ja, aber das Ding ist doch jetzt erledigt, oder? Ja, aber sie hat Angst trotzdem. Verstehst du das? Die kann ich ihr damit nicht nehmen. Weil... Wenn die noch irgendwas machen, habe ich das nicht mehr in der Hand. Ja, das ist ja okay. Aber dann kannst du ihr nicht einfach sagen, dass das wahrscheinlich deswegen war, dass sie nichts sagen sollte. Ja, das hat sie doch gerade selber schon gesagt. Ja, aber damit würdest du halt ihr das auch nochmal bestätigen. Ja. Dass du da was mitbekommen hast, oder? Ja, ja, ja. Äh, hast du jetzt Hände frei? Ja. Okay. Hast du abgeschlossen? Äh, ich glaube ja. Okay. Ich weiß gar nicht, wie du das transportieren willst. Das Überbleibsel von der Party, die nicht stattfindet. Uff. Wollt mir eigentlich um zwölf anstehen, aber ja. Oh, Mann. Dann lass es doch einfach machen. Um zwölf. Hm. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, um elf zu sein. Warum? Ja, weil... Keine Ahnung. Wegen dem ganzen Stress und so. Ja, das verstehe ich auch. Deswegen hat Elva eigentlich auch keine Lust gehabt zu feiern. Ja. Danke, Chrissy. Bitte. Aber wenn wir jetzt schon eine 1000 Dollar Blah haben, müssen wir sie auch ausziehen, ne? Ja, das stimmt. Also, wegen dem Anruf von Valeria. Es ist, denke ich, auch einfach, dass sie dir sagen wollte, du sollst nichts weiter erzählen. Ja. Weil das ist das, was ich so rausgehört habe. Es war gut, dass du nicht da warst, weil die danach andere Ideen hatten. Und dich quasi vergessen haben. Aber ich denke... Jetzt mal ganz ehrlich, Leute, ne? Bei sowas, ne? Wenn ich irgendwas weiß, so einen Aufstand zu machen, ne? Verstehe ich nicht. Vielleicht würde ich auch keinen Aufstand machen. Ja, aber vielleicht solltet ihr dann auch einfach mal drüber nachdenken, wem ihr was erzählt. Weil es werden so oft unbeteiligt reingezogen. Hm. Ja. Ja, definitiv. In dem Fall ich. So, klar will ich das mit euch klären. Ja. Nach gestern, wie die agiert haben, muss ich sagen, auch ziemlich viel Angst gehabt um dich. Ja. Also, das, äh, da bin ich auf jeden Fall vorsichtig. Das tut mir nochmal leid, muss ich auf jeden Fall nochmal sagen. Das Ding ist halt, nimmt es mir nicht übel, aber es werden, glaube ich, viele Leute sauer sein, wenn ihr irgendwas zustößt. Natürlich. Nicht, dass ihr was abbekommt, ne? Ja, das meine ich nicht, aber ich glaube, dann wird hier ein Krieg ausbrechen. Ja. Das will keiner. Ich glaube, das ist bei vielen aus unserem Todeskreis so. Ja. Wie gesagt, also, es wird euch was passieren, aber halt denen und keine Ahnung. Ja. Ich habe da halt auch keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Ich will meine Ruhe haben. Ja. Unsere Kommunikation sollte zukünftig anders laufen. Ja. Ja, bitte, ey. Wie gesagt, man sollte halt auch was und wie man was erzählt hat. Auf jeden Fall. Weil sonst, so wie ich dann immer, bin dann diejenige, die immer dafür Fresse kriegt. Mhm. Ja, aber ich fahre jetzt auch. Ja. Alles klar. Viel Spaß. Ja, passt auf euch auf, wir sehen uns, ne? Ja, du auf dich auch. Bis dann. Ja, du auf dich. Äh, ja, wollen wir das Ding nach Hause bringen? Ja. Muss eigentlich, glaube ich, heute ist, ja, heute ist der Tag. Ich musste ins MD zur Nachuntersuchung wegen meiner Nase. Ja, dann machen wir das nicht. Ja, aber erst nach Hause, oder? Ja. Ich meine, du kannst das Ding natürlich mit der Zähmte bringen. Mhm. Aber, ja. Ist du soweit? Ja. Ohne Helm? Ja, liegt halt da drin und ich habe meine Hände frei. Okay, ja. Das könnte... Äh, hätte ich dir auch was abnehmen können, naja. Ich muss vorsichtig fahren. Hast du jetzt einen Kuchen? Wenn wir damit umfallen... Mhm. ...dann sind wir der Kuchen. Bestimmt. ...süße Eva. Ja, das bin ich. Dann noch viel mehr. Ja. Ehrlich gesagt, bin ich sauer. Ne, da war... Äh... Auf mich? Oder auf Chrissy? Ich hab mehr auf dich. Warum? Immer noch wegen der... Weil du das mit der Bedrohung gesagt hast. Und ich hab dir gesagt, du sollst vorsichtiger sein. Was, wenn sie deswegen jetzt anruft? Ja. Musst du ihnen das klar machen, dass das Ding gegessen ist? Ja, solltest du auf jeden Fall. Sagt dem, dass... Zwischen dir und Chrissy alles so gut ist und ihr versteht mich wie vorher. Ja. Oder fast wie vorher. Ja. Dass es halt noch ein bisschen Zeit braucht, aber... Sie versteht deine Sicht und meine Sicht. Ja. Wenn die was... Wenn sie Chrissy was machen... Also dann... Dann war es das mit uns locken. Das sag ich dir. Das hast du mir schon gesagt, ja. Ja, aber ich will dich nur daran nochmal erinnern. Und ich hab dir auch gesagt, dass ich... Versuchen werde, das zu verhindern, aber... Ich muss mal sehen... Wie weit die da auf mich hören jetzt, ne? Aber eigentlich... Also ganz ehrlich... Wenn die trotzdem was machen... Dann können die auch vergessen, dass ich zu denen komme. Wirklich? Ja. Nachdem du ihm gesagt hast, dass er alles in Ordnung ist? Ja, ich hab... Im Prinzip hab ich denen das ja schon gesagt. Ich hab ihm das geschrieben. Weißt du, ne? Ja, dann... So, und wenn jetzt noch irgendwas kommt... Dann war's das. Weil... Dann kann ich denen ja auch nicht vertrauen. Ja, da hast du recht. Ach, ich hätte er jetzt eigentlich vor die Tür fangen. Egal. Weißt du, das ist es auch. Nämlich, ich hab's Gefühl, ich kann dir auch nicht vertrauen. Weil du das halt denen gesagt hast, mit der... Dass sie dir gedroht hat. Obwohl ich dir schon vorher gesagt habe, dass du vorsichtig mit denen sein sollst. Und... Was du erzählst, und dass meinen Freunden nichts passieren soll. Und trotzdem sagst du sowas. Ja. Das macht's mich... Das macht es... Das macht mich wütend. Ich würde am liebsten irgendwas kaputt machen. Den Sportwagen? Ja. Haben wir überhaupt Platz im Kühlschrank dafür? Hm. Na. Kannst du bitte Chips oder Eierbrötchen auch... Hab ich ja auch gerade gedacht. Das kann man bestimmt noch sich reinziehen. Ein Zettel gereicht, aber danke. Nee, die Chips hab ich mir in die Tasche gesteckt. Achso, du kannst sie wieder reintun. Das ist Platz. Ja, gut. Ich friere das hier ein, okay. Vielleicht können wir das irgendwann benutzen mit den anderen. Ja. Ja. Vielleicht zu meiner... Geburtstagsfeier. Weißt du, was mich traurig macht? Mhm. Durch diese ganze Sache kann ich nur nicht mal meinen Geburtstag feiern. Ja. Und das... Sie hat noch nicht mal gefragt, ob ich dahin mitkommen möchte. Ja, hat sie nicht. Wir waren nicht eingeladen. Ja. Machen wir dann noch ins MD und gucken, ob die noch da sind oder... Ja. Okay, dann ist das auch erledigt. Mhm. So, Kofferraum. Hast du da Tequila reingetan? Ja, und ich würde jetzt einen trinken. Ach. Braucht das gerade. Ja, das verstehe ich. Ich bin gerade gewundert, was du da rausholst. Ja, das verstehe ich. Ich... Nicht nur mit ganzem Blaulicht und so. Wird dich gerade genauer gucken. Ich hab keinen Bock, vorm Streifenwagen mitgenommen zu werden. Mhm. Und schön. Bei allem mit dir hinten drauf nicht. Dann bist du ja auch kaputt. Das muss ja nicht sein. Muss beides nicht sein. Ja. Aber wenn es nur mich erwischt, ist es nur halb so schlimm. Wirst du uns gar nicht hören. Was? Nein! Du kannst nicht einfach... Das kann ich nicht. Einfach sagen, dass es nur halb so schlimm wäre, wenn du mitgenommen wirst. Natürlich kann ich das. Habe ich da eben. Ja. Ach, sowas nicht. Toll, das ist Pidi. Ich darf ja nicht wenden. Habe ich sonst jetzt gemacht. Scheiße. Ich will doch einfach nur auf die andere Straßenseite. Jetzt muss ich schälen. Wende doch jetzt hier. Hier links. Ja, hier darf ich. Das ist doof, wenn man die Regeln befolgen muss. Ich stehe irgendwie mal an dieser Laterne hier. Ach so. Äh, wir brauchen einen neuen Erste-Hilfe-Kasten für den Tulip. Den habe ich benutzt, als du auf dem Balkon lagst. Ach so. Okay. Fällt mir gerade so ein. Sollten wir vielleicht wieder nachlegen. Okay, ja. Das werde ich machen. Ja. Ich hätte eh ab 31.9. gebraucht. Ja gut, das sind aber noch zwei Wochen. Ja, ist doch egal. Das stimmt schon. Ist ja jetzt eh was ganz anderes mit Quartal. Ja, 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 eben. Jetzt haben die ja Farben. Hm. Es ist immer so hell, wenn man hier reinkommt. Ja. Meine Augen. Ist ordentlich was los. Oh Gott, das ist Tony. Der Typ da gerade am Handy? Ich glaube ja. Ich glaube das war er. Hallo. 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 Ich muss zur Nachuntersuchung wegen meiner gebrochenen Nase. Ui. Ja, das kriegen wir noch hin. Haben Sie Glück? Wir übergeben gerade an die Nachtschicht. Wir haben schon 30 Sekunden. Oh. Aber das machen wir jetzt noch. Alles klar. Genau. Ich bräuchte einmal den Ausweis, bitte. Ja, klar. So. Einmal zurück. Dankeschön. So. Ich schaue gerade eben mal ganz kurz nach. Ich gucke auch schon. Okay. Möchtest du die Behandlung gleich noch machen? Hast du Kapazität gerade oder? Ja. Ja, ja, ja. Perfekt. Dann kümmer dich da mal drum. Dann gehe ich gerade immer noch das restliche Prozess darüber machen, ne? Ja. Wurde Ihnen gesagt, dass Sie heute wieder kommen sollen? Ja. Am 14. Okay. Genau. Hat der Kollege auch gesagt, sollen wir einfach nochmal gucken, ob alles in Ordnung ist oder sollen wir nachdenken? Hat er irgendwas gesagt? Äh, nee. Er hat nichts weiter gesagt. Ich glaube einfach drauf gucken. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Okay. Nee, alles. Nee, ach, alles gut. Hätte ja sein können. Ja. Ganz entspannt. Ich wollte Ihnen da jetzt keinen Druck machen. Alles ganz entspannt. Wir gucken dann gleich mal drüber. Ja. Alles klar. Ich gehe mit Ihnen in Behandlungsraum 1, ja? Ja, alles klar. Machst du das. So. Willst du warten? Wie du willst. Tschau. Kannst auch mitkommen, hier ist das egal. Kannst auch mitkommen. Okay. Wenn das kein Problem ist, dass sie mitkommt, dann ja. Ja, genau. Sie ist entscheidender als Patient. Ja, ja. Nee, kann sie. Ja, dann passt das schon. Jo. Arme hier rein. Danke. Sie können sich ja auch nur anlehnen. Du musst ja nicht direkt raufhüpfen. Ja, ja. Wie Sie möchten. Haben Sie da jetzt noch irgendwie Pflaster irgendwas drauf? Ey, ist eine Schiene drauf. Eine Schiene ist noch drauf. Okay. Alles klar, zie ich mir mal Handschuhe an. Wie ist es denn vom Gefühl? Wesentlich besser. Ich weiß, die Schiene ist noch scheiße. Ich weiß. Ja, ja. Aber ansonsten ist es okay eigentlich. Okay. Ben, darf ich einmal? Ich mach dann erstmal hier alles ab. Ich versuch so zärtlich zu sein, wie ich es sein kann. Ich glaube, es ist auf jeden Fall zärtlicher als das Einrenken. Ja. 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 Das war... Okay. Ich hab mir sagen lassen die Knochenbrecherin oder so. Oh ja. Das, äh, ja, ja. Da haben so jeder so seinen Titel hier für uns. Okay. Also, jetzt ist Schiene ab. Natürlich ist alles schon mal viel freier. bitte kommen Sie sich nicht doofer, aber probieren Sie mal so durch die Nase gut einzuatmen und wieder auszuatmen. Merken Sie da noch erstens irgendwelche Schmerzen oder zweitens irgendwelche, sag ich mal, Blockierungen oder so? Nee. Nee, es fühlt sich ein bisschen taub noch an, sag ich mal, aber ansonsten... Es ist ja noch so ein bisschen blau und grün. Ja, ja, ja. Also das bleibt nicht aus, genau. Gut. An sich kann ich jetzt erstmal nur weiterempfehlen, bitte nicht nochmal die nächsten zwei, drei Tage irgendwas auf die Nase abbekommen. Das ist, glaube ich, logisch. Ja. Brauchen Sie irgendwelche Schmerzmedikamente? Wie ist da Ihre Einschätzung? Nee, nee. Also es ist, wenn, dann habe ich auch noch ein bisschen was. Okay. Ansonsten gerne auch nochmal kühlen, wenn es so ein bisschen unangenehm wird. So ein Tuch. Einfach ein bisschen kühlen. Ansonsten habe ich jetzt da, sag ich mal, auch nichts weiter, was wir da machen können. Alles klar. War nicht krankenversichert gewesen. Genau. Okay, gut. Dann es mir zwar leid, weil ich jetzt gar nicht so viel gemacht habe, aber dann sind es aber bitte nochmal 30 Dollar und dann sind wir fertig. Ja? Ja, ja. Kein Problem. Moment, wieder Handschuhe aus. Sieh Handschuhe aus, Handschuhe an. Ja, haben Sie noch so irgendwie so ein Kühlpack zu Hause? Äh, nee. Dann gebe ich Ihnen gleich noch eins. Alles klar. Äh, doch, haben wir. Haben wir? Ist es dir sicher? Ja, ich habe letztens gekauft einen. Okay. Gut, dann kriegen Sie aber von mir noch eins so mit. Ja. Ja, okay, perfekt. Das hat grün geblinkt. Moment. Moment. Kostenlose Kühlfaxen, gute Kühlfaxen. Okay, also wie gesagt, wir haben... Echt? Okay, ja. Wegen, ähm, mein... Ach so. Ja, verstehe. Ich weiß gar nicht mehr für was. Irgendwas davon. Ja. Irgendwas sollte ich kühlen. Tadap, 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 tadap. Dankeschön. Dankeschön. Und dann bringe ich Sie wieder nach vorne. In der Kütze liegt die Würze. Genau. Das passt ja, wenn Sie jetzt eh übergeben wollten. Ja, wie gesagt, Sie haben in dem Sinne Glück. Hab gut, wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, wenn Sie morgen gekommen wären. Ja. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Ja, gleichfalls. Danke, gleichfalls. Schön, schönen Abend. Tschüss. Äh, oh Gott. Also diesen Monat, jetzt bin ich auf jeden Fall an dem Betrag, den mich so eine Versicherung gekostet hätte. Ja, bei mir auch. Weißt du, vorher hat es sich nie gelohnt, weil ich wäre immer drunter, aber jetzt irgendwie lohnt sich das. Und da bin ich weiterhin... Oh, ups, die Friseurin. Wo haben wir geparkt? Ach, da hinten. Links, ja, ja, ja. Ich hoffe, dass es jetzt wieder runterkommt. Ich würde sagen, wenn ich weiterhin mit dir zusammenbleiben will, dann brauche ich, glaube ich, eine Versicherung. Ja, das ist ja genau das, was vermieden werden sollte. Ja, aber seit ich dich kenne... Es ist vielleicht doch nicht so gut, dass du mit mir zusammen bist. Irgendwie nicht. Ach, ja. Also, ich würde sonst ins Yellow fahren. Gucken, ob die da rumhängen. Okay. Was ist mit dir? Willst du mitkommen? Keine Ahnung, ja. Es hat's auf. Äh, soweit ich weiß ja noch Noah, aber das wollte ich mir eh angucken, was der da treibt. Ja gut, ich halte mich aber raus, weil ich hab echt schlechte Laune. Ja. Ich werde dann einfach Rippchen braten. Ja. Wir flitzen aber auch viele schnellere Autos durch die Gegend. Aber die Stadt ist echt gefährlich, was das betrifft. Das ist so oben nicht. Ach, äh, da fällt mir gerade ein, hast du es geschafft, mit Dynasty zu reden? Oh, nee. Ja, ist ja nicht schlimm. Im Prinzip wollen wir ja eh gucken, dass wir die drei Wochen oder was das ist noch rumkriegen, oder? Woher macht das wahrscheinlich keinen Sinn. Oder? Ja, was denn gucken? Ja, nach einer anderen Wohnung. Achso, doch, wir können anrufen und fragen. Ich weiß auch gar nicht, doch, die müssten noch, ach nee, die haben heute bis 22 Uhr, glaub ich, noch aufgehakt. Nee. Das weiß ich gerade nicht, kann sein, ja. Die haben, glaub ich, auch nie so lange auf. Das weiß ich auch nicht, glaub ich, auch nie so lange auf. Bin ich schon wieder Blaulicht? Meine Güte. Wir sind's nicht. Nein, wir nicht. Gott sei Dank. Aber da hinter uns ist irgendwas, glaub ich. Oder? Ja. Oh. Da wollen wir auch hin. Mhm. Was da wo los ist. Tja, das ist ne gute Frage. Oh, die fahren wirklich da hoch. Ich hoffe, irgendwo anders. Was? Ja, vielleicht. Nicht zu Yellow. Dann müssten die doch eh wie Sherrys das machen, oder nicht? Eine Ahnung. Weiß auch gar nicht, ob die besetzt sind aktuell. Gut. War wohl ne Zeit lang nicht so, glaub ich, gehört. Ja, Bennet. Sein Traum vom Yellow ist ja, dass dann ja auch die Officer dorthin kommen, um dann da zu essen und zu trinken. So unterwegs. Äh, was nochmal? Ist das sein Traum? Dass auch so Officer, also halt Sheriffs dahin kommen. Oh, nicht mit Mayhem. Nein. Das ist nicht. Ja. Weil hier oben im Norden und dann könnten die ja mal so auf einen Kaffee vorbei oder auf ein Rippchen so, weißt du? Wo ich auch gedacht habe, Junge, wovon träumst du nachts? Ist da noch einer hinter uns? Hm. Blaulicht? Ja. Ja. Warte mal nach hinten geguckt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie nach links abbiegen, aber wir laufen mit Gas. Verfolgt die. Ja, scheiße. Nicht das Yellow. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, verfolgt die. Fahr ihnen dicht dran, aber nicht zu dicht. Oh nein. Bitte nicht. Fahrt einfach weiter. Fahrt einfach weiter. Oh Gott. Ja, tun sie. Ja, scheiße. Oder? Da leuchtet auch was, oder? Ah, nee, das ist... Nein, Gott sei Dank. Nee. Aber ein Sandy könnte das sein. Ja, ein Sandy ist irgendwas. Wer ist das mit dem Bike? Achso. Hey, alles klar? Na? Hallo? Bei euch? Ja. Alles bestens. So wahr. Äh, ja, ich bin erstmal weg. Alles klar. Ähm. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ich wollte fragen, ob sie ihr schlafen geht. Aber wahrscheinlich ich. Muss nicht sein. Kann sein. Manchmal hört sie auch schon so früh ab. Das ist das Fahrrad von Noah, ne? Vegetiert mich jedes Mal. Was? Da vorne das Fahrrad. Geradeaus durch. Oh. Der ist, glaube ich... Der packt er da. Ich weiß es nicht. Er macht viele... Ist das nochmal ein Streifenwagen gewesen? Oh, ich hab's... Ja, ich glaube schon. Scheiße. Das Brennlichter. Sollen wir mal dahin fahren? Ist sie... Ist sie dahin gefahren? Weiß es nicht. Also links steht noch ein... Bike. Ich glaube, das ist das von Max. Links? Ja. Achso. Von den Mayhams. Und... Äh... Die andere Demon, die hier steht, die ist von diesem anderen komischen Rockertyp von dem Zwilling von Mike. Ah, okay. Mal gucken. Wir gehen mal rein, oder? Ja. Lass mal. Stempelst du dich ein? Hm. Warum nicht? Ich guck einfach mal durch. Keine Ahnung. Nee, eigentlich hatte ich es jetzt nicht unbedingt vor. Warte mal. Die steht doch... Achso. Steht die nicht hier? Dann lass uns doch gucken erst mal, was es gibt. Ja. Die Demon da, das ist... Oder was das ist. Das ist, glaube ich, von diesem anderen Rocker. Ja, lass uns mal reingucken. Achso. Was... Wem gehört der andere da hinten? Äh, das Bike? Du meinst dieses... Grau... Dings Hexer? Das steht da schon ewig. Ich hab keine Ahnung. Ich hab noch nie gesehen, dass das irgendjemand benutzt. Keine Ahnung, wem das gehört. Das parkt hier einfach. Ist denn offen? Ja, ist offen. NAMEN! Moment. Die Okasa? Hallo? Speziell wird die Medusa als Tattoo-Format auch genutzt für Leute, die sexuelle Beweihten. Oh Gott. Also ich muss mal kurz die Leute bedienen. Das ist nicht... Das ist nicht schön. Alles gut, das sind nur meine Kollegen. Ja, ja. Wer bist du denn? Das ist Noah. Achso. Boah, falsch. Muss ich mal strecken. Vielleicht mal strecken, ja. Ja. Alles gut hier? Du hast dich echt verändert. Ja, keine Sorge, das ist nur eine Perücke. Echt? Warum? Weil ich muss sie nachher wieder abgeben. Ja, weil... Ja, ich will, dass meine Haare halt wachsen, ne? Und der Prozess schaut halt immer scheiße aus, deswegen hab ich gesagt, gib mir eine Perücke. Aber ich gehe dich weiter. Okay. Verstehe. Verstehe. Ja. Na gut, ich gehe mir mal weiter anhören. Die will mir irgendwann eine Medusa erzählen. Ja, ja. Komm, lass mal nach hinten gehen. Ja, bitte. Ich will sie nicht sehen. Was ist jetzt mit Dollar und Nutten und Medusa? Komm, wir stellen uns zu Betsy. Warte, ich wollte eigentlich gucken und falten, wie viel Arbeit hier gibt's. Okay. Boah, das hört sich nach Iron Face an. Okay, es gibt überhaupt keine... Doch, es gibt Arbeit. Wollen wir grillen? Oh ja, grillen können wir ein bisschen, stimmt. Warum ist das so unordentlich? Oh, echt, ey. Wer war da? Warum ist da ein Rux? Da ist man einmal nicht da. Meine Güte. Also bestell... Hör auf, gleich erzählt da irgendwas. Oh Mann. Ich stempel mich sofort ein und sortier das. Okay, ich hab gerade angefangen. Ich hör auf. Das Ding, weil das hat nichts mit Titus zu tun. Hör doch einfach an deinem linken Arm an. Also der Rabe an meinem rechten Arm hier. Ich werd mich nicht umziehen, weil ich bediene... Musst du auch nicht. Nein, das macht er alleine. Ist okay. Nein, weißt du, was das Ding ist? Ja, ja. Der hat sie genau anscheinend jetzt endlich jemanden gefunden, dem sie es erzählen kann. Das sind nur beides Vögel. Ja. Gott, ich will das gar nicht hören. Was? Ich hab Gott sei Dank nicht gedacht, was er gesagt hat. Wie ist das auch besser so? Warum hast du da gesagt? Ich will es nicht. Warum? Das sind doch beide Vögel. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. So, weil hier steht nämlich, Brunos Pitstop ist im Kühlschrank. Das ist nie im Leben der Rucksack. Wieso haben wir... Achso, das ist ein Zwiebel. Ich guck mal eben, was der... Ey, Bestellungen und dann ist da einfach nur der Rucksack drin, ohne Beschriftung. Richtig, das meine ich. Warte mal, ich guck mal, was drin ist. Achso, okay, ich warte. Der ist leer. Oh Gott, ich hasse das. Geh mal weg, ich meckere ihn jetzt an. Ja, ich weiß nicht, wer das war. Ja, warte, warte, warte. Ja, ja, ich... Ey. Ja. Könnt ihr mal kurz was erzählen? Vielleicht. Ich hab gesehen, dass die Barbecue-Soße ausgegangen ist und ich wollte fragen, wo die Töpfe sind. Ich war zu blöd, um die anzufinden. Die Töpfe? Ist kein Töpfe hier drin, warte. Geh mal zur Seite. Dann hat den jemand nach Hause mitgebracht. Ja, ich schließe ja mal auf. Der Topf ist hier. Der ist hier drin. Er ist hier? Ja. Hast du die Bestellung... Der Industrie-Topf? Hast du die Bestellung als Kühlschrank markiert, die drin ist? Hast du da irgendwas gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Du hast gar nichts gemacht, okay. Wieso war dann der Rucksack drin? Der Industrie-Topf. Ja, richtig. Hä? Aber... Das kann sein. Ja, und was brauch ich dann als für Barbecue-Wäsche? Bei mir immer, wenn ich das herstelle, das schmeckt es richtig scheiße. Echt? Das Rezept hast du aber. Ja. Eine Cola, eine Zwiebel, eine Chilischote, Petup und Essig. Ja, und den Topf und du musst dir, ich glaube, dafür sogar das blaue Rezeptbuch, das du hier auch drin hast. Ja, das ist dieses Rezeptbuch, das steht hier in dem Schrank da beim Grill. Okay. Genau, das musst du auch... Hast du dir... Sonst leg dir doch mal alles einmal auf den Tresen, so einzeln. Und dann musst du den Topf halt... Es ist halt Küchen-Equipment, ne? Es ist halt dein Werkzeug, den musst du dir entsprechend auch mitnehmen. Ja, ja. Ich meine, ich hab halt alles reingeklatscht, keine Ahnung, vielleicht ist irgendwas von einer Mischmenge, das weiß. Ja, willst du das mal ausprobieren? Die Geräte kochen war ja schon immer scheiße. Ja, das sollen wir machen. Darf ich kurz zum Grill rüber? Nee, du musst... Nein, das Buch ist hier. Für Barbecue-Soße brauchst du das, was hier drin ist. Du kochst das hier. Das blaue. Siehst du das blaue Buch? Ja, aber was ist das für ein Buch hinten? Das ist das für die Rippchen. Das hier ist für die Soße und die Anleitung zum Falten. Ach, heiliger Strohsack, ich hab das falsche Buch genommen. Das kann sein. Alter. Ey, jetzt macht alles Sinn. Ja. Aber im Kühlschrank hast du heute nichts gemacht, oder? Im Kühlschrank? Ja. Sortiert oder so. Ja, ich hab die Socken heute reingelegt. Ja, ja, okay. Okay, okay, okay. Ach so, am besten du sortierst, weil ich hab das jetzt aufgeräumt, weil wenn Bestellungen kommen, dann musst du das ausladen und damit es schneller geht, wäre es ganz gut, wenn da Platz ist. Also besser die Zutaten dann zu den Zutaten legen. Ach so, ja, da war halt irgendwie so ein Regal und ich hatte halt das vollgestoppt. Das war komplett, ja, das war so einladend. Nee, am besten da, wo der Rest liegt, sonst haben wir Chaos bald. Aha. Ja. Genau, ein bisschen Ordnung ist wichtig zu halten. Ja, ja, das ist für alle Beteiligten der Küche gut. Ja, ich komm nicht so oft, aber ja, okay, mach ich's. Ja. Okay. So, du willst jetzt falten? Oder willst du grillen, Elva? Ich grille. Okay, du grillst. Ich bediene die Kumpel. Ja, ja, mach das. Soße. Du brauchst Soße? Ja. Wir haben nichts. Gar nichts mehr, dann mach ich Soße. Ja. Bestellung, ja. Nein, warte mal. Du willst die Soße machen? Mir ist das egal, ich kann auch grillen. Ach, nein. Die ist beschäftigt mit ihm. Ich hab mit ihr nichts zu tun, hoffentlich. Ja, dann kommst du zu dir rüber. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie ist beschäftigt. Ich glaube, sie hat jetzt jemanden gefunden, den sie vollhabern kann, der ihr zuhört und nicht einfach geht. Ich guck mal, ob Barbecue-Soße draußen genug ist. Ja, ja, guck mal, wir brauchen ja so oder so, ansonsten soll Eddie gleich machen. Ja. Ja, leere Rucksäcke am besten auch immer hier reinlegen, ne? Was? Falls du einen leeren Rucksack hast, packst du den auch immer hier unten mit rein, ne? Hab ich. Okay, weil ein leerer im Kühlschrank lag, deswegen. Wie auch immer den da vergessen hat. Ne, hier passt das. Alles gut. Hä? Ja, hier doch, oder? Ja, 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 aber ich hatte eben einen im Kühlschrank gefunden, deswegen. Verschwande ich dich. Okay. Ich bin doch nicht so blöd und legen Rucksack in den Kühlschrank. Ja, na? Schau mich an. Gut, man sieht es nicht. Ja. Ja, du kümmerst dich um die Gäste, wir machen drumherum, denke ich. Oder willst du Barbecue-Soße versuchen? Hm. Alles gut, beim nächsten Mal. Ja. Ich laufe gerade so gut. Alles klar. Mach du das. Okay. Na? Also Barbecue-Soße haben wir nicht. Okay, dann mache ich welche. Oder willst du, oder wir machen beide. Ne, beide ist doof mit dem Topf. Weißt du was? Äh, nee. Wir bleiben einfach beide hier und wir machen, trotzdem machst du einer. Weil wir nur einen Topf haben. Was? Die Soße. Was mache ich? Nee, mache ruhig. Ich mache Gemüsesoße. Ach so? Okay, ja. Ja? Ja, machen wir so. Ist gut. Okay, äh, was war denn gerade? Ach, ich habe ihm nur, ich habe ihm nur gesagt, ob er den Rucksack in den Kühlschrank gepackt hat, weil der leer war. Und er meinte, so sehe ich so aus. Also, anscheinend ist es Bennett, der Chaos macht. Weil der war ja vorhin auch hier. Bennett? Mhm. Okay, ja. Aber er ja auch, er hat das ja selber gerade zugegeben. Ja, ja. Mit dem Rucksack jetzt zwar nicht, aber er ist halt nicht so oft da, ne? Das ist sein Problem. Ja, das stimmt, aber ganz ehrlich, immer kalten, da hast du nicht oft zu sein. Das stimmt. Du machst ein Zucchini. Bringt. Ja. Du machst dir Bestellungen, ne? Ich mache Barbecue-Soße. Nein, ich meine, macht Christin auch die Bestellung oder machst du es inzwischen? Achso, ich mache auch Bestellungen, ja, ja, kann ich machen. Zucchini, meinst du? Ja. Mhm. Und sich nur für Zucchini halt nicht. Vor allen Dingen hat Jim eigentlich aufgefüllt, letztens. Dann hat er die vielleicht vergessen oder nicht holen können. Ja, vielleicht mal noch ein bisschen Maten und Paprika oder irgendwas anderes. Ja. Mal gucken. Ja, ich gucke gleich mal, ob wir noch hinten was haben. Aber hinten ist, glaube ich, nichts mehr. Ich glaube, da ist leer. Ich glaube auch nicht, also kann ich mich nicht vorstellen. Ja. Ich glaube auch nicht, also kann ich mich nicht vorstellen. Ja, jetzt sitzen wir doch hier und arbeiten. Ja, ich wollte ja wegen des Geldes eigentlich muss ich täglich arbeiten. Du machst auch aktuell gar nichts anderes, ne? Außer Yellow. Ich? Immer noch nicht? Arbeiten? Ja, doch, ach doch, stimmt. Ist das Freitag jetzt eigentlich auch wieder dann? Wahrscheinlich, ne? Ja, am 20. Okay. Nächsten Freitag. Was mache ich denn? Warum leg ich es da rein? Ja. Ich habe das tatsächlich gerade vergessen. So, so, so geheim ist das. Dass ich es vergessen habe. Das ist unglaublich. Das ist ich da arbeite, oder? Ja. Ich vergesse das auch, weil wir so viel zu tun hier haben und so viele Probleme. Ja, ich hoffe, das legt sich jetzt wieder. Ich muss mich jetzt aber nochmal gucken. Wehe, er hat das Buch irgendwie. find ich jetzt doof? Was ist mit dem Buch? Ach, nee, das ist... Ah, ich glaube, du brauchst es gar nicht. Richtig, ja. Jetzt ist es mir auch aufgefallen. Das ist das, was ich ihm vielleicht gleich auch noch sagen sollte. Es sagt nicht am Buch. Du hast das Buch zu viel angeguckt. Das ist dein Problem. Ja. Okay, ja. Dann macht das Sinn. Dann kann er das noch so viel versuchen. Aber du kochst ja nicht so oft. Das ist klar, dass du... Ich habe die Babichu-Sos auch schon lange nicht mehr gemacht. Ja, deswegen, ja. Ich habe das ja eigentlich so oft immer gemacht. Richtig. Ja, danke schön. Oh, ich habe Mike noch immer nicht geschrieben. Oh. Ich habe vergessen. Ich meine, wenn er jetzt mit den anderen noch da ist. Ach nein, wenn ihr da sitzen und trinken und... Eine Ahnung, was machen. Ich meine, das ist keine gute Idee. Ja, ich... Was soll ich sagen? Mark Rissi hat mich noch nicht eingeladen. Mir geht es doch auch nicht so gut damit. Und sie hat auch mich die ganze Zeit gefragt, was ich von ihr denke. Und ich habe dir ja vorgelesen, was ich geschrieben habe. Ja. Ich habe ihr das schon beantwortet. Das hat mich auch sehr wütend gemacht. Weil sie hat so geholt an, als wenn ich was für Valeria kann. Dann habe ich ihr gesagt, ich kann doch für nichts. Ich weiß nicht, was da war. Und dann hat sie... Also ich habe irgendwie sowas gesagt, mir nicht die Schuld dafür. Oder ich habe da nichts am Hut. Und dann meinte sie, ja, ich gebe dir nicht die Schuld daran. Ich weiß, dass du dafür nicht kannst. Ich so, ja, aber warum stellst du mir dann diese ganzen Fragen? Ja. Wir haben das eigentlich doch schon geklärt. Und ich habe dir die Frage beantwortet, warum ich das gemacht habe. Ich habe das Gefühl, sie versteht das einfach nicht. Irgendwie nicht, nee. Braucht vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, wer weiß. Ja, wahrscheinlich schon. Er beherrscht die Technik der Maurepost. Weißt du, deswegen wollte ich eigentlich das... Ja, warte, ich werde die Beifelung auch. Dass es nicht so eskaliert. Übelt ihr euch schon wieder? Na, die prügeln sich. Da vermöbelt jetzt die... Oh, scheiße. Ja. Ja, vermöbelt die Lady. Lass sie. Ja. Oh Mann, ey. Aber ich will, warte, ich will kurz wissen, wer von denen... Ich glaube aber, dieser Rocker-Typ wieder, oder was? Ja, der Rocker-Typ. Lass beide raus. Ja, lass mal gucken. Aber wir sind dann Zeugen, ne, würde ich sagen. Ja. Ich hab keinen Bock da drauf. Ja. Willst du wirklich da hin? Einmal kurz gucken. Ich sitze 10 Dollar auf Deacon. Ich sitze 10 Dollar auf Mimica. Die schenken sich nicht. Pass mal auf, jetzt kommt, jetzt kommt gleich die Maure-Faust. Wundert mich nicht, muss ich sagen. Kannst du dem Typen ein Bier hinstellen? Äh, ja, ich hol's noch vor'n Logger. Jupp. Was ist dir passieren? Äh, ihr passieren? 10 Dollar? Äh, ich kann hier nicht nachdenken. Alles gut. Na, Glück. Ach, zwei Logger. Wieso denkst du eigentlich, dass ich Mauljucken habe? Weil ich weiß, dass ich gewinne. Ich muss grad das Lachen verkneifen, sorry. Ich glaub, sie haut gleich den Nächsten. Warum? Was hat er gemacht? Ich weiß es nicht, aber sie ist auf jeden Fall sauer auf ihn. Oh. Also ich, nein, ich meinte mit, hab ich mir gedacht, dass sie ihn umhaut, tatsächlich. Warum? Er hat gestern schon einen draufgekriegt von Noah und, ja, davon hat er bestimmt noch, äh, seinen Spaß gehabt. Ah. Deswegen eigentlich eher. Dass sie dann gleich den Nächsten anmault. Ja gut, ist nicht mein Bier, ist mir egal. Aber ich find's irgendwie lustig, ich weiß auch nicht. Mach mal das, ja, haben wir jetzt jeden Abend hier so einen Showdown, ja? Leute kloppen sich. Äh. Ja, Gott sei Dank sind das Noah. Gester, wäre das ein Mitarbeiter, hätte ich tun zu sagen. Das stimmt, gestern war es Noah. Ja. Das ist was anderes. Ich muss sehr froh sein, dass ich nicht da war. Ja. Ich überlege gerade, ob ich die Hausordnung nehme oder nicht, aber ich glaube, die geben Ruhe. Ja. Dann hast du noch Stress. Und sonst. Naja, ich meine, auf der anderen Seite, irgendwann kommen die Gäste dann nicht mehr, weil sie alle nicht mehr können. Ja, ganz ehrlich, wenn sie irgendwann nicht mehr kann, ist doch gut. Es geht mir auch nicht um sie. Ja, aber ich würde damit sagen, es wäre gut, wenn sie nicht irgendwann kommt, dass sie jemand sie verprügelt. Ja, ja. Und was meintest du mit, hätte mir auch passieren können, dass sie mich umnietet, oder was? Nein, dass ich dich so umgenietet hätte. Achso, ja, definitiv. Ist echt so. Wenn ich jemanden brauche, der jemanden umnietet, dann schicke ich dich vor. Ja, gut. Zumindest, wenn es so hingehen fair genug ist, dass man ein Eins-gegen-Eins machen könnte. Was ja meistens nicht der Fall ist. Aber ja. Ich meine, du hast mich schon umgenietet. Ja, und du auch mich. Das stimmt. Einmal. Das erste Mal wolltest du das so. Ja, das wollte ich. Einmal darf ich noch bei dir. Okay. Aber bitte erst, wenn die Nase ein bisschen heiler ist, sonst müssen die das operieren. Das ist scheiße, da habe ich keinen Bock drauf. Nein, wir müssen uns alle ausruhen. Ich brauche doch noch immer mit meinen Rippen. Das muss auch sein. Oh ja, nee, also bloß nicht. Dann haben wir hier. Das eben, die freut sich, weil die haben zugemacht. Da ist nur noch die Nachtschicht. Oh ja, scheiße. Scheiße. Ja, da wurde alles weggegessen. Da lagen drei Mistelpacken und alles weg. Boah. Hast du die rausgenommen? Also hast du auch was rausgenommen? Äh, beim Mitarbeiteressen meinst du? Ja. Nein. Hat er alle drei rausgenommen? Das finde ich aber nicht fair. Noah jetzt, oder was? Ja, also ich denke mal, dass er das war, weil... Stimmt, eben war da noch was, glaube ich, oder? Ja, drei Packungen, glaube ich, falls ich richtig geguckt habe. Ich will ihn jetzt nicht falsch beschuldigen, aber ich bin der Meinung, drei Packungen. Weil ich habe dann gedacht noch, oh, wir haben gar nichts, fast gar nichts mehr. Ich habe nur gesehen, dass da überhaupt was war, aber nicht wie viele. Ja. Ich möchte nichts sagen. Also ich kenne das, dass manche mit nach Hause sowas mitnehmen. Das finde ich dann halt nicht so gut. Mhm. Finde ich auch nicht gut. Äh, ich habe jetzt Spieße reingegangen. Okay, super. Ich finde es auch... Äh... Was ist denn letzten Pott? Mh... Soße? Ich glaube, das reicht erst mal. Ja. Gucken wir mal. So was kommt. Okay. Äh, war im Grill irgendwas drin? Oder alles leer? Nur das Fleisch ist da drinne. Achso, okay. Was ich rübergebracht habe, da ist nichts sonst drinne. Dann haben wir eventuell zu wenig Tabasco. Verdammt. Aber haben wir... Bitte? Hinten haben wir vielleicht... Ja, ich guck mal. Ich guck mal. Und... Vielen Dank. Nope. Das heißt, ich habe jetzt den Rest. Dann machen wir das. Ich packe mal kurz die Gemüsespieße in den Kühlschrank. Ein bisschen sollten wir vielleicht übrig lassen, weil morgen wegen einlernen und mal grillen, aber ja. Was? Wegen was? Einer wird doch am Sonntag noch eingelernt und Rico schrieb doch irgendwas von wegen, lass noch was für Sonntag übrig zu machen. Ach so, ja dann lass doch was übrig. Ja, ich... Ja, ich nehme jetzt erstmal mit, ich schlepp gleich wieder was raus. Lass doch ein Paket da, oder gib es mir und ich pack es weg. Ja, das... Wo sind denn die jetzt hin? Da vorne. Wo ist sie hin? Ach, da hinten. Wo? Wo ist das? Wo? Ja, weil hier vorne, direkt hier vor unserem... unserer Bühne sitzt der Verletzte, Noah und der Mann in dem weißen Hemd und sie steht da mit irgendwem anders. Wo denn steht sie? Hinter diesem Jeep. Geradeaus durch. Oh, da. Keine Ahnung, wer das ist. Er sieht doch ein bisschen aus wie Toni. Der verfolgt dich heute, ne? Aber ich glaube, er ist es nicht. Ich glaube, das ist... Er war auf jeden Fall immer im Deen, da hat er so ein hästiges T-Shirt da. Ja, das hab ich gesehen. So. Dann lege ich jetzt erstmal rein. Aufteilen später. Ich teile auf. Ja, warte, lass mich die erstmal von oben bis unten... So, das ist jetzt die Barbecue-Soße. Ich packe mal links, äh, rechts daneben den Tabasco, bis auf den das eine... Der Kollegin. Hm? Was los? Ich gehe mich ausstempeln. Ja. Ich mache Feierabend. Alles klar. Mach den Laden jetzt zu. Hat der Kollegin gesagt? Ja. Wow. Wieso spricht der nicht mit dir? Ich weiß es nicht. Der Typ ist komisch. Hm. Wie ist das? Es sind jetzt so viele Leute hier. Irgendwie habe ich keinen Bock, mir hier zu sein. Durch diese komischen Leute sind hier komische Leute. Ja. Was ist das Bike steht denn hier? Wo habe ich jetzt Bock zu arbeiten? Wir gehen auch einfach rein. Mhm. Was? Wem rufst du an? Ich. Warum? Wie dringend ist es auf einer Skala von 1 bis 10? Ähm, zwei. Okay, dann rufe ich dich gleich zurück. Alles klar. Jo, ciao. Ich will nur, dass die hier sind. Äh, was? Warum hast du zwei gesagt? Er fragte, wie dringend ist es auf einer Skala von 1 bis 10? Ah. Äh, ich gehe dann rein. Ja? Warum? Weil, ich weiß nicht, ob er die jetzt noch bedient, wenn er sich ausgestempelt hat. Dann lass mich reingehen. Sicher? Ja, ich gucke mir das mal an. Ganz sicher? Mhm. Sieht nicht, die sahen komisch aus. Ja, warte. Okay. Ja, ich gucke mir das mal an. Ja, ich gucke mir das mal an. Hey. Kurze Frage. Kurze Frage. Hattet ihr irgendwen gerufen? Emdi oder sowas? Nö, nö. Wieso? Alles klar. Okay, nee, wollte ich nur wissen. Alles gut. Ja, okay. Okay. Wait, wasser poliert wird? Ja, ich gucke mir das mal an. Ich gucke mir later. Wie war das mal an? So gar nicht. Té reingeh Oczywiście. usting. Ich gucke mir das mal an. Vielen Dank. Und? Äh, die haben nur Bier bestellt. Alles gut. Sind sie gegangen? Ja, sie gehen gerade zu ihrem Auto. Ah, okay, gut. Also, die waren nett. Die haben bezahlt. Okay. Demian? Ne? Oh. Oh mein Gott, El, wach. Alles Gute zum Geburtstag, wünsche dir einen schönen Tag. Oh, verdammt, er war schneller als ich. Nein. Aber immerhin denkt er an dich. Ja, habe ich auch gedacht. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Ich, ähm, hatte er ausgestempelt, also ich, den Laden. Ja, ich habe den Laden zugemacht, weil ich glaube, RDP checkt er noch nicht. Keine Ahnung. Okay, hast du zugemacht. Ich habe zugemacht. Ich habe 16 Dollar, aber ich will jetzt, äh, ich lege das jetzt extra an. Oh Gott. Ja, musst du. Also, ich hätte sonst vielleicht irgendwann das gemacht, aber. Also, 16 Dollar, zwei Bier, oder was? Ja. Ist geschenkt. Wie, ist geschenkt? Äh, gehört zur Mitarbeiterverpflegung, oder so. Wie ist das? Haben die Trinkgeld gegeben? Äh, nein, haben die nicht. Oh, boah, ey, nee, dann. Alter. Die sind aber noch nicht gefahren. Die sitzen noch im Auto. Ja, warum sitzen die da? Das ist komisch. Ich finde das schon komisch, oder? Das ist komisch. Äh, hast du hinten alles abgeschlossen eigentlich? Ja, ich habe auch die Tür abgeschlossen. Oder soll ich die? Nee, 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 wir haben zu. Okay. Dann lege ich mal... ...das an. Gerade im Überleben, ob ich doch die Hausordnung nehme. Ja, vielleicht zu. Ich mach das. Not. 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 Ich war's. Mädchen. Ja. I said. Na. Ich hatte sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh mein Gott. Süße? Ich hatte keine Angst, er steht nur auf Männer. Ja, ich weiß, aber deswegen wundert mich das gerade. Ach. Ich habe am Anfang oft gesagt, aber still hat er damit aufgehört, keine Ahnung. Ja, was soll ich denn darauf schreiben? Jetzt steigen sie erst ein. Ich bin sehr suspekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann hier und kein Trinkgeld, ewig da rumstehen. Er hat kein Trinkgeld, verletzte da hinten. Gibt auch kein Trinkgeld. Nö, aber schon. Ja. Nö. 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 Scheiße. Okay, ich hole einen. Okay, warte. Dann gebe ich dir den Tabasco, den ich aufbewahrt habe. Dann kannst du den gleich wieder reinnehmen. Okay, gut. Okay, ich bin gleich wieder da. Okay, ich bin gleich und ich bin gleich und ich bin gleich auf dich oder die beiden. Naja, ich meine, dass sie nichts machen. Ach so. Ja, von hier ist egal. Von hier ist egal, aus welcher Richtung. Okay. Der eine Typ ist verletzt. Sie ist auch angeschlagen, garantiert. Bleiben noch zwei, die fit sind, wobei ich dem Hemdträger das jetzt nicht zumute. und keine Ahnung. Naja, die Hausordnung ist halt stärker, ne? Was denn? Naja, ich hatte Sikia geschrieben, er kann direkt zum Milano kommen, da sind suspekte Leute und dann meinte er gerade, das ist aber keine zwei von zehn. Also ich habe es wohl zu wenig eingeschätzt. Zu wenig? Ja. Ist es eins dann? Nein, es ist mehr sein müsste. Ich hätte mehr sagen müssen, als nur zwei. Okay, also es ist nicht wichtig für ihn. Nein. Eins bis zehn. Zehn ist das Beste. Das das Wichtigste ist. Ich habe gesagt zwei. Achso. Okay, ich dachte zwei und eins ist das Beste. Nein, nein. Meistens ist immer der höchste Wert, das so nicht das Wichtigste. Okay, ich dachte das Schlimmste. Ja, ja, das Schlimmste. Wie auch immer. Es ging ja um die Wichtigkeit. So. Ja, okay. Also ein, äh, warte mal. Und zwei war zu wenig. Ich hätte halt höher sagen müssen. Achso, okay. Gut. Jetzt habe ich das verstanden. Ich dachte eins ist sehr dringend, weißt du. Nee. eben nicht. Okay. Da bin ich mal gespannt. Wieso? Kommt er jetzt? Nein, womit der Anzugträger, der Hemdträger wegfährt. Den habe ich ja auch noch nicht gesehen bisher. Achso, wer ist denn jetzt weggefahren? Der, der Rocker. Ja, ja, der Opi. Okay. Der Opi. Der Opi. Der Opa-Rocker. Mhm. Ja, ich glaube, ich werde ihn so nennen. Opi. Und dann müssen wir wissen, wie er heißt. Und dann vergessen wir es wieder und nennen trotzdem Opi. Okay. Okay. Oh, I hope er sogar tun. Oh Gott. Ja, mal gucken, ob der wiederkommt. Ach, ich glaube nicht. Ich bin eingestempelt als Wachmann. Äh, warte. Das kenne ich ja nicht anders. Du bist drum und ich arbeite. Naja, äh, vor allen Dingen habe ich dann geschrieben, naja, zwei gegen die Hausordnung. Zwei gegen die Hausordnung? Ja, weil er meinte, das ist aber keine zwei von zehn. Und ich habe geschrieben, ja, das ist zwei gegen die Hausordnung, weil es zwei Leute waren. Achso. Und dann hat er geschrieben, ja, dann ziehen die was und dann ist die Hausordnung egal. Dann hat er leider recht. Ja, das stimmt. Achso, dass sie nicht mal Trinkgeld geben? Ich weiß ja nicht. Ach, das hältst du für verdächtig? Das halte ich wirklich für verdächtig. Weißt du, wir auch sagen. In dem Wagen, ja, aber in dem Wagen, in dem die gefahren sind, dann sind die nicht neu auf der Insel. Das heißt, die wissen, dass man Trinkgeld gibt. Oh, das ist wirklich geil. Sie gewesen, wir hatten ein fettes Auto. Und so tätowiert wie die waren, wie gesagt, Geld ist da. Ja, der andere hat wirklich sehr viel dazu. Ja, ja. Okay, vielleicht wollte ich auch spielen hier. Richtig, das denke ich nämlich auch. Oder ob wir da sind. Oder irgendjemand anders. Wir beide? Ja. Ich zum Beispiel. Keine Ahnung, vielleicht kennt Pete ja noch andere Leute. Bei Chrissy gehe ich jetzt nicht davon aus, dass was noch kommt. Aber bei ihm weiß ich halt nicht, wie blöd er jetzt ist. Ja, das weiß ich leider auch nicht. Ja, das weiß ich nicht. Wie lange willst du heute aufbleiben? Hm. Weiß ich noch gar nicht. Irgendwie. Ja. Ich bin noch im Überlegen, ob wir ja noch was jetzt an deinem Geburtstag machen oder nicht, ob du da Lust drauf hast. Wir wollten doch... Ja, das Ding ist ja, du hast ja diesen Termin vielleicht. Achso, ja, ich habe den auch echt nicht abgesagt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen soll. Er weiß nur, das ist mein Anwalt. Er wird dann sehen, wo ich arbeite. Ja. Ja, na gut, jetzt habe ich die Perücke, aber ich drehe ja leider mit ihm auch noch. Mit der Perücke. Weißt du, ich glaube, ich gehe nicht hin. Ich tue so einfach, als wenn ich nicht unterwegs war und das nicht gelesen habe. Okay, aber das weißt du doch jetzt schon länger. Ja, aber das wissen die nicht. Hm. Weißt du, die schreiben da richtig viel. Achso, okay. Und dann sage ich einfach, ich war ein paar Tage nicht da und... Und wenn ich da war, dann war ich wie im MD. Ja, leider. Ja, ich sage das nicht wegen dir, weißt du. Nein, grundsätzlich sage ich auch ja leider, dass jeder Aufenthalt im MD ist nicht so cool. Okay. Hä? Wieso fragst du das? Ja, er ist. So. Also. Vor allen Dingen, Brunos Pitstop Kühlschrank. Ja gut, wir haben so viele Packungen, aber es ist nicht richtig markiert. Das ist doch kacke. Wie meinst du das? So viele Packungen haben wir, aber es ist nicht markiert. Ich glaube ja, ich muss nochmal gucken, weil ich habe jetzt... Nee, ich verstehe nicht, was das bedeutet. Was meinst du, wir haben so viele Packungen, aber es ist nicht markiert. Naja, wir haben, was ich gesehen habe, relativ viele, ähm... Äh, äh, gefaltete im Kühlschrank liegen. Ich weiß jetzt nicht genau wie viel, aber es sind recht viele. So, die liegen da aber einfach so drin, ohne dass sie jetzt irgendwie unter einer Bestellung oder sowas eingepackt sind, weißt du? Ach so, das meinst du? Ja, wir... Ja, das hätten wir noch, das kann man noch machen vielleicht, ja. Weißt du, ich glaube, Jim hat das gefaltet. Ich weiß nicht, ob meine oder was du und ich vorbereitet haben, ob das auch schon weg ist. Die anderen... Oh, warte mal. Hm? Ich glaube, die Lohnamarket ist gar nicht ausgeliefert, aber nicht mehr da. Och Mann. Vielleicht schon hier? Nein, die ist da. Da steht auch Kühlschrank. Aber wie ich gerade, wie ich ja gesehen hatte, war ja nichts... Alter. Leute, was macht ihr denn? Wer hat denn den Kühlschrank umgeräumt? Ich habe die Lohnamarket... Ja. Du hast es vorbereitet, jemand hat es ausgereiht? Ja. Vielleicht war das Jim, aber vielleicht auch nicht. Aber dann hat er es nicht aufgeliefert gestellt. Ich gucke mal eben in die Leitstelle rein. Oh, die gar nicht besetzt ist, geil. Äh, ups. Aber es ist auch egal. Leitstelle, ob da irgendein Telefonat war. Du hast doch nicht arbeitet, also warum solltest du... Nee, aber ich kann sie... Wer hatte denn zuletzt die Leitstelle? Bennet. Oh, dieser Idiot. Ah. Ja, weil der nimmt dann halt die Leitstelle bei sich raus und dann ist sie unbesetzt. Und wenn sie unbesetzt ist, kann auch keiner in Abwesenheit anrufen. Ja, dann schreib es doch in Chat, dass Bennet das... Ich sag ihm das selber. Aber dann nimmt er es dir wieder weg und dann... Nee, es ist... Warte mal, Anruf verpasst. Lohner-Market hat... Nee, vor zwei Tagen versucht anzurufen. Die Bestellung kann nicht weg sein, weil niemand den Lohner... Doch. Chrissy hat den Lohner-Market angerufen am 13. Das war vor zwei Tagen. Nee, das weiß ich. Es gab kein Telefonat mit dem Lohner-Market. Das heißt... Also zumindest nicht über die Leitstelle. Das heißt, die wussten nicht Bescheid. Das heißt, es wurde nicht ausgeliefert. Das, was im RDP steht, stimmt. Es ist nicht ausgeliefert. Aber im Kühlschrank ist es nicht mehr da, wo es sein soll. Okay. Ich glaub, ich muss mit Bennet wirklich mal reden, weil der muss das gewesen sein. Ja, du brauchst so eine Mitarbeiterversammlung. Hm. Hm? Da war's geschrieben. Heute läuft's sehr gut. Hat Altpapier angenommen. Hey. Ich bin grad ein bisschen angepisst. Ich hasse das. Wenn jemand die Ordnung durcheinander bringt, was man ja schon hatte, dann aber sagt, es läuft alles super, weißt du? Mhm. Vielleicht für ihn läuft's halt so gut. Äh, ich kann das gar nicht haben, wenn Leute dann... Weißt du, das Problem ist ja auch, wir versuchen eine Ordnung zu etablieren für alle, ne? Und wenn dann einer quer schießt, dann... Ja. Ja. Ich weiß. Wir sind immer noch am reden da. Kannst du mir helfen? Ja, ich helf dir. Ja. Es ist nicht mehr viel, aber ich will irgendwie nach Hause sein. Ich will hier nicht mehr sein. Okay. Echt? Ja. Willst du noch? Ich weiß nicht, ob Sieg jetzt noch kommt oder nicht. Ich glaube nicht. Du hast doch gesagt, es ist wieder alles in Ordnung. Ja, ich... meinte halt, er kann vorbeikommen zum Talken, weil ich eigentlich schon gerne hören würde, ob da noch irgendwas ist, weißt du? Wegen Chrissy. Was ist da irgendwelche Neuigkeiten gibt oder so? Das würde er wahrscheinlich niemals vor mir sagen, oder? Wahrscheinlich nicht, nein. Aber, ja, aktuell sieht es auch nicht so aus, als... Ich weiß es nicht. Hat sich jetzt nicht wieder gemeldet? Wir können ja so machen. Wenn er dich anruft oder sagt, er kommt hierher, dann kannst du wieder losfahren. Ich gehe dann nämlich schlafen. Okay. So. Äh, ich habe nicht wirklich Hinderfrei. Passen die Rippchen noch in deinen Rucksack? Hm-mm. Alles voll im Rucksack. Pack's einfach da rein. Ja, hab ich gemacht. Dann können wir gleich das durchholen. Aber so ist es schon mal fertig. So. Schließen nochmal ab. Okay. Ich mach auf. Okay. Ich bin ein bisschen schneller. Ja. Achso. Ja. Aufmachen sollte man den vielleicht auch. Ja, ich hab alles abgeschlossen. Okay. Ne, weil wir haben nämlich Rippchenboxen da oben. Und unten bei der Bestellung ist alles leer. Ich verstehe, wer hat das so nach oben gezogen? Das hab ich mich auch gerade schon gefragt. Das war immer ein bisschen... Ja, weil wir haben nämlich eigentlich auch zwei Reihen für die... Ich glaube, ich hatte das gemacht wegen den rohen Rippchen. Ne, aber ich hab sie da runtergezogen. Oh Mann. Und Bestellung... Abgeholt von Ava. Oh. Was? Ja. Mann, Leute, wenn ihr... Wer hat die Zettel umgesortiert? Also, dass Ava fürs Desert Inn holen wollte, das wusste ich. Aber so wie die Zettel da liegen, ist das so beknackt. Vor allem liegt daneben Lona. Ja, ich sehe schon. Abgeholt von Ava. Aber... Hat sie Lona auch abgeholt? Das musst du am besten Chrissy anrufen und fragen, glaube ich. Ich frage Ava, vielleicht ist die ja noch da. Ich glaube, Chrissy will gerade nichts damit zu tun haben. Hä, warum hat sie mit Lona... Hat sie doch nicht... Ja, eben, deswegen frage ich einfach mal. Aber Lona gehört doch nicht... Ja, aber es kann ja sein, dass sie trotzdem für die geholt hat. Und Chrissy war nicht da. Wieso kennst du die? Hä, ganz ehrlich, die ist doch eine Kundin. Warum soll sie hier arbeiten? Hä, eine Kundin? Ava gehört das Desert Inn. Die holt sich das immer selber raus. Ja, aber wir reden doch gerade über Lona. Ja, vielleicht weiß sie ja was. Deswegen. Ja, vielleicht weiß sie ja was. Ja, das ist nicht so. Und ich weiß sie ja was. Die holt sich ja was. Ich weiß sie ja auch. Töne ja. Und ich weiß ja auch was. Sie will dann auch mal auswachen. Und ich weiß sie ja auch, was ist, dass die Luft ist das ganz acidiot. Und ich weiß sie ja auch. Und ich weiß sie ja auch nicht. I saw this. Ja, ich habe versucht, Bennett anzurufen, aber der ist auch schlafen. Ja, und was hat Eva gesagt? Gar nichts, weil sie nicht rangegangen ist. Ja. Schon zu spät. Ich verstehe überhaupt nicht, warum du sie anrufst, wegen einer Bestellung für einen anderen Laden. Sie wird sich doch nicht um unsere Bestellungen hier kümmern. Es kann ja sein, dass die sich kennen. Was weiß ich. Das ist beknackte Idee, Lorcan. Geh mal weg. Geh mal weg. Ich bin fertig. Geh mal weg. Geh mal weg. Vielen Dank. Meine Güte, die rede ich ja immer noch mit dem Typ. Ja, schön für sie. Ja. Was ist dein Problem? Ich verstehe nicht, warum du sie anrufst, wegen einer Sache, mit der sie überhaupt nichts zu tun hat. Dadurch, dass der Zettel dahinter lag, kann es ja doch sein, dass genau das damit gemeint ist, dass beide abgeholt wurden von ihr. Nein, das denke ich nämlich nicht. Weil dann würde es heißen, sie hat nicht nur Dersat und Lona abgeholt, sondern auch die anderen, die dahinter lagen. Die anderen lagen da unter. Es war... Nein. Doch. Ich gehe jetzt gucken, aber nein, lagen die nicht. Die waren in einer Reihe, abgeholt von Ava und dann der Zettel und Lona und der Rest da unter. Ja. 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 Vielen Dank. Gut, die lagen so, aber ich denke trotzdem nicht, dass es damit zu tun hat, sondern die untere Reihe war komplett schon voll. Ja, aber warum regst du dich darüber so auf? Weil es einfach unnötig ist, sie anzurufen, deswegen. Ja, aber... Doch, anrufen. Kannst du sicherlich... Ja, aber sie arbeitet da nicht. Ja, aber sie ist eine Mayhem und die gehen da ein und aus, die kriegen auch was mit. Ja, aber ich denke nicht sowas, wer welche Bestellung macht und wer geliefert wird. Ich denke, sie holt es nur für sich selber ab, ab und zu, wenn es halt lange dauert. So habe ich das letztes Mal verstanden. Und sie, ich denke, sie holt das nicht jetzt jedes Mal für sich ab und dann beliefert sie einfach noch andere Läden. Naja, sie hatte schon mal sowas erwähnt, dass sie da manchmal sogar selber produziert oder sowas, weil es halt eine Zeit lang wirklich nicht passiert ist. Ja, aber dann wahrscheinlich für sich selbst und weil sie sich für den Laden braucht. Ja. Aber trotzdem regst du dich ganz schön auf. Das Gefühl. Ja, und ich habe es dir schon mal erklärt, warum. Gestern haben wir das Thema auch. Achso, du bist eifersüchtig. Bin ich gar nicht. Ich habe wenigstens zugegeben, dass ich auf Pete eifersüchtig war. Das Gefühl hatte, ihr kommt euch zu nahe. Ja, und als ich das letzte Mal zugegeben habe, dass ich eifersüchtig bin, fandest du das richtig scheiße. Und hast mir eine, hast mit mir gemeckert. Und hast sogar gesagt, dass du, dass das mit uns dann nicht funktioniert. Ja, du bist viel eifersüchtig, habe ich das Gefühl, dass es... Ich meine, klar, auf der einen Seite zeigt es ja auch, was du empfindest, aber... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du mir dann auch nicht vertraust. Also, dass du denkst, dass irgendwas passieren würde. Ja, wer weiß. Vielleicht wird es so sein. Erst macht dich die Matratze die ganze Zeit an. Und dann... ...hatte ich halt das Gefühl, dass du der anderen hinterherläufst. Und dann... ...kommst du... ...Eva ganz schön nah. Ja, und sie kann man vielleicht vergleichen mit Pete. Naja, wir sind nicht befreundet, wir kennen uns nicht. Das ist schon was anderes. Ich war nie mit dir zusammen. Dafür, dass ihr euch nicht kennt. Ja, hattet ihr... Naja, diese ganzen Gespräche. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ist durch diesen Entzug und so... Ähm... Oh. Ja, aber du hast selber gesagt, dass sie dir ganz schön vertraut. Ja, aber wie gesagt... ...und hat halt gezungenermaßen ein bisschen Zeit verbracht. Das heißt aber nichts. Also das, was du mir gestern erzählt hast, würde ich nicht sagen, dass es nichts ist. Ja, vielleicht von ihrer Seite aus. Keine Ahnung. Das wird sich zeigen. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber sie vertraut dir Dinge an, die sie den anderen nicht vertraut. Ja. Und du bist noch nicht mehr bei denen drin. Das stimmt, aber vielleicht sogar gerade deswegen. Ähm... Außerdem... Es muss ja auch nicht auf romantischer Ebene sein. Vielleicht entwickelt sich auch einfach eine Freundschaft. Dass ich auch noch ein anderes... Also dass ich nicht nur den Freundeskreis behalte, in dem ich so reingerutscht bin und den du auch hast. Das kann eh immer passieren, dass ich auch noch andere Leute habe. Ja, das ist mir schon bewusst, aber ich wollte auch eine Freundschaft mit Pete und das hat dir auch nicht gepasst. Er ist aber auch dein Ex. Weil du was anderes vermutet hast. Ja, und? Mit dem du Schluss gemacht hast. Das heißt, es hätte immer sein können, dass von seiner Seite noch was ist. Ja, aber doch nicht von meiner Seite. Und das gleiche hast du mir gerade mit Eva gesagt. Dass da vielleicht von ihrer Seite was ist. Oder irgendwann geben will. Und das... Nein. Das war einfach nur... Wenn... Dann nur von ihrer Seite. Und nicht von meiner. Aber ich glaube es halt nicht. Ich glaube, das wird etwas Freundschaftliches. Ja, das werden wir sehen. Das glaube ich nämlich nicht. Wieso nicht? Mein Bauchgefühl sagt mir was anderes. Ach. Ja, da kannst du stehen, wie viel du willst. Aber ich höre auf mein Bauchgefühl. Und meistens habe ich auch recht. Aber ehrlich gesagt schätze ich es dir so ein, dass solange wir zusammen sind, du und ich, sie eh, dass er in sich reinschaufeln würde. Also, falls da was sein sollte. Jetzt, dass sie da irgendwie was durchblicken lässt. Sie hat sich selber als Einziggängerin bezeichnet. Also, sie kennt das. Also, wenn du dann dein Versprechen irgendwann wahr machst und mit mir Schluss machst. Mein Versprechen? Ja, du sagst es, wenn es sein muss, um mich zu beschützen, dann würdest du Schluss machen. Irgendwo, irgendwie sowas hast du gesagt, als wir telefoniert haben. Weil ich dich aber auch vor mir beschützen wollte, hauptsächlich. Ja, vielleicht denkst du das wieder. Irgendwann. Nee, ich hoffe nicht. Ja, das hoffe ich auch, aber es muss ja nicht sowas sein. Ich meine, vielleicht wirst du in Schwierigkeiten stecken und dann denkst du, dass du mich in Gefahr bringst. Lass mal nicht hier rumstehen. Ja, ich habe irgendwie auch kein gutes Gefühl gerade. Ja. Bist du abgeschlossen? Ja. Irgendwie wird er da die ganze Zeit rum. Mhm. Als wenn er was sucht. Mhm. Wird er gerade hier rein? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Warte. Auto, das ist sehr auffällig vom Geräusch. PD. Das ist das PD. Na dann. Gott sei Dank. Die dürfen das. Ja. Nein, danke. Ihren Motor kenne ich hier nicht. Nee. Dann tradieren die gerade das Auto, glaube ich. Schwarzen Tulip da. Also die kennt's. Ja, die Kennzeichen. Möglich. Oh man. hast du die stadt ja ich auch man ist momentan nicht immer aber ich finde wir können doch nicht jedes mal streiten wenn ich wenn ich mit eva rede ja das können wir wirklich nicht aber weißt du spielt halt keine rolle ob peter mein ex war oder nicht ich denke selbst wenn er nicht mein ex wer ist alles andere das ist wie bei eva weiß also es ist sehr vergleichsweise vergleichbar okay ich gehe eigentlich ins bett ich habe auch ja drei stunden geschlagen was ja dann abmarsch ich merke schon ich kann nicht denken aber egal alles gut vergleichbar du meinst dass das vergleichbar ja nur die basis war anders ja nur und nicht befreundet und gar nicht ich war auch noch nicht mit ihm befreundet ja aber du kennst ihn halt auch schon lange und ihr habt eine vorgeschichte das ist was anderes oder nicht ja schon aber wir hatten so lange kein kontakt wir waren eigentlich wieder auf null weißt du das glaube ich glaube ich so beiden seiten meinst du nicht es war von beiden seiten ich das vertrauen war nicht hundertzentig da weißt du ich habe ihn zwar vertraut aber nicht so wie früher das kann man ja vielleicht euch auch so vergleichen obwohl sie schon ziemlich sehr wirklich sehr persönliche sachen die erzählte ja also sie hat hier nur andeutung gemacht aber sie hat dir von ihrem toten freund erzählt und und das war das noch jetzt habe ich das gespräch von gestern vergessen dass sie mit eric nicht mehr zusammen ist ja da war doch was anderes das fand ich sehr besorgniserregend sagen wir mal so was ist los er sieht nur schreien dass er gut schlafen soll er meinte es ist fertig nicht dass er jetzt also einfach so dass er jetzt auch von meiner seite aus klar ist dass das okay ist dass wir da jetzt nicht reden müssen das ist bla er verstehe was habe ich denn was war denn gestern noch das mit der freundin mit dem entzug das weißt du schon länger ach so meinst du vielleicht dass sie nach dem nachdem die max und sieg weg waren nach der aktion mit piet dass sie dagegen das ding getreten hat ja das auch aber da war noch etwas anderes glaube ich ich weiß das jetzt leider nicht mehr wenn wir länger reden wollen da müssen wir hier raus ich finde die lichter hier schrecklich unsere lampen sind einfach zu hell schläfst du mal besseres licht bestimmt oder es liegt daran weil ich so müde bin bestimmt bestimmt ja ich glaube es ist überall so also du möchtest im badezimmer rumstehen nee wir hätten die hausrat noch mitnehmen müssen stimmt kann sie noch mal holen fahren aber bis dann schläfst du wahrscheinlich ja das glaube ich auch das nicht was nicht ich versuche einfach nicht mehr so eifersüchtig zu sein ich meine ich habe wirklich das gefühl dass sie sich auch sorgen um dich weiterhin macht sie hat uns ja deswegen auch gefragt ob alles in ordnung ist bei uns glaube dass sie auch bei dir ein drauf hat dass nichts passiert weißt du ja das kann sein aber ich kann sie halt nicht einschätzen und ich finde es halt einfach seltsam dass sie den anderen die sie viel länger kennt und vielleicht mehr vertraut als dir diese dinge nicht erzählt ja sie hat also trotz dessen dass sie nicht press ist sie ist wir hatten gewissen status dadurch dass sie mit eric zusammen war und und naja auch eine kurze trägt ist halt schon sehr lange trotzdem irgendwie also selbst nicht im mc aber sie hat mit dem mc ja schon sehr lange zu tun das heißt ist so habe ich sie wahrgenommen schon eine person die einen höheren rang hat auch wenn sie gleichwertig sind und ich glaube wie gesagt sie ist auch vizepress das heißt ja sie hat einen gewissen status den sie aber auch erhalten muss was eben nicht geht wenn sie schwäche zeigt so und ich bin noch kein teil des ganzen ich bin ein außenstehender der vielleicht sogar dadurch weiß nicht zugänglicher ist für sie ich habe sie halt gefragt was los ist weil naja nachdem sie da so wütend war habe ich gedacht irgendwas ist doch irgendwas stimmt doch nicht ne und ich muss das natürlich schon ein bisschen abschätzen weil wenn sie keine ahnung auf mich wütend ist dann wäre das schlecht ne das habe ich sie auch gefragt also ich habe halt keinen bock einfach einen dann mal drauf zu kriegen weil ich irgendwas gemacht habe was ich nicht gemerkt habe weil es ist halt ein mc ne es ging jetzt gar nicht um sie als person sondern halt ein mc wenn irgendjemand aus dem mc und gerade mit dem status der irgendwas verbockt hat dann schlecht ja ich verstehe warum du das gefragt hast nur wenn die dich wirklich haben wollen dann bedeutet das bedeutet es ja auch dass du eventuell naja bei denen damit einsteigst das heißt dann würdest du ja das alles wissen was sie dir erzählt hat bevor du das ist korrekt habe sie ja auch gefragt was sie eigentlich davon hält nein verstehst du was ich sagen will ja 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 ich weiß dass sie da dass das das bringt mich halt jetzt gerade zu dem punkt dass sie vielleicht ich gar nicht sicher ist ob ich beitrete ich habe sie gefragt ja aber das kann sie nicht wissen nein nein ich habe sie gefragt was sie davon hält und sie hat aber so eine nichts aussage gemacht sie meinte das wird die zeit zeigen also das war kein ich finde das gut oder schlecht oder irgendwelche gedanken die sie dazu hat sondern einfach nur das wird die zeit zeigen und das ist halt ja das sagt gar nichts aus das vielleicht vielleicht traut sie es mir ja nicht zu das meine ich nicht gerade wenn ich solche gespräche mit ihr führe vielleicht traut sie es mir dann nicht zu aber das meine ich nicht lagen du redest gerade von einem ganz anderen thema wenn du dort bei denen wärst in dem club würdest du ihre geheimnisse kennen aber die anderen nicht naja ich auch wenn sie einen hohen status hat und keine schwäche zeigen darf warum ist das bei dir in ordnung naja was heißt geheimnisse ich meine ich weiß nicht wirklich was das sind andeutungen gewesen ich habe mir ein paar sachen zusammen gereimt und ich meine klar die sache mit eric eric weiß natürlich auch bescheid die anderen vom club wissen das sicherlich auch was natürlich also ihre emotionen sind halt keine geheimnisse in dem sinne sondern eher so ein die existieren und normalerweise zeigt sie die nicht ja aber wenn sie andeutet dann ist es doch klar wenn du nicht dumm bist dann erkennst du das und ich denke sie weiß dass du kein dumm kopf bist ja also wollte sie es vielleicht nicht richtig aussprechen oder sie testet mich ob sie nun keine gefühle haben gefühle zeigen will oder dich testet wie du sagst oder sie einfach nicht richtig darüber sprechen wollte was auch immer dahinter steckt also naja ich finde zeit trotzdem komisch du könntest halt jederzeit bei denen sein ja ganz so leicht geht es ja nicht ja ich weiß aber irgendwann verstehst du ja ja ich weiß nicht ob sie soweit gedacht hat ich habe keine ahnung ich kann sie dahingehend auch noch nicht einschätzen das ja kann ich nur weiter beobachten was da noch so läuft wie sie so agiert ja ich glaube ich bin ich weiß nicht ich weiß auch nicht warum ich eifersüchtig bin vielleicht ist es wirklich nur eine freundschaft aber irgendwie sagt mein bauch gefühlt was anderes vielleicht weil die erfahrung gezeigt hat dass wenn es solche ja wenn man so offen ist dass es dann immer mehr als freundschaften waren also was du jetzt so erlebt hast sag ich mal das ist ja deine erfahrung die du gemacht hast vielleicht aber dann ich weiß nicht vielleicht ist es dass ich kann es nicht einordnen aber ich höre einfach jetzt auf mein bauchgefühl ich bin da ein wenig vorsichtiger aber ich will nicht dass du dich unwohl fühlst deswegen werde ich versuchen meine eifersucht zu kontrollieren weil ich vertraue dir ja und selbst wenn das nicht so ist also ich kann es doch nicht verhindern wenn es passiert dann passiert das kannst du nur allein entscheiden mhm da wird die eifersucht eigentlich nichts bringen das stimmt aber ja ich habe mich für dich entschieden also ja momentan noch ach sag das doch nicht das klingt klingt ein bisschen so als stelle das für dich schon fest stelle das für dich schon fest nein das nicht du redest man jetzt man weiß halt nicht was in zukunft passiert momentan hast du dich für mich entschieden aber es könnte halt mit zeit kommen da entscheidest du dich wieder um das meinte ich schade dass du das so siehst wieso denkst du wir bleiben für immer zusammen ja wirklich ja also mach keine halben sachen ja das höre ich natürlich gerne das wäre schön ich bin nicht so ein weiß nicht bäumchen wechsel dich typ so viele beziehungen hatte ich deswegen auch noch gar nicht ja kann sein dass es so ist aber weißt du du kannst halt nichts für deine gefühle man verliebt sich ja manchmal einfach so oder es passiert was und wir kennen uns und ja das stimmt schon ich meine ich habe mich auch einfach an dich verliebt das habe ich ja nicht geplant das ist halt passiert ja aber ich weiß nicht nicht in einer festen beziehung bin dann ist das anders dann was dann ist das anders ich weiß nicht dann gibt es also zumindest gedankentechnisch läuft man ja auch anders durch die Weltgeschichte wenn man single ist als wenn man in einer Beziehung ist so ja das stimmt zumindest sollte es so sein ja ja sollte es so sein genau es gibt genug leute bei denen das nicht so ist das stimmt leider ja ja ähm weiß nicht so für mich äh mich fühlt sich das schon ziemlich endgültig an so mit dir das ist halt das ist es jetzt so ich meine ich will jetzt nicht die Zukunft planen weil es geht hier auf der Insel eh nicht ähm aber ja ja sehe eigentlich eher keine Zukunft ohne dich also gib nur eine mit dir das ist wirklich süß ich hoffe du behältst recht weil ich möchte das auch oh ja ich hoffe das auch sehr und ja das ist ja ja sie ja 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 muss ich mir nur noch ganz gut überlegen, was ich mit dir mache morgen. Mit mir? Ja, zu deinem Geburtstag. Irgendwie weiß nicht, die ganze Sache mit Chrissy und so, das hat das so ein bisschen kaputt gemacht. Jetzt irgendwie ganz cool gefunden, wenn wir das gemacht hätten, aber ja. Das ist halt meine Schuld. Deine Schuld? Warum sagst du sowas? Ja, wäre das nicht passiert, weil ich mich nicht unter Kontrolle hatte, dann hättest du jetzt eine schöne Überraschungsgeburtstagsparty gehabt. Ja, aber Valeria hat sie... Nein, davor. Ich meine einfach alles. Wenn ich die Kontrolle nicht verloren hätte und ich nicht geschlagen hätte, dann wäre das nicht passiert. Das meine ich. Ach so, das meinst du? Ja, ich hab das. Hast du schon ausgeblendet? Ja, irgendwie schon. Ich versuche es. Weißt du auch? Deswegen ist halt auch die Frage, hast du überhaupt Lust, was zu machen? Mit dir, ja. Okay. Doch, ich hab mich tatsächlich gefreut, dass wir einfach mal so einen schönen Tag zusammen verbringen. Ja. Mal auf andere Gedanken kommen und eine Beziehung einfach mal einen Tag ohne Probleme haben. Mhm. Das wär schön, ja. Das brauchen wir wirklich mal. Für Zeit. Ja, das denke ich auch. Ja, wir haben eigentlich noch nie was so typisches Pärchenhaftes gemacht. Ich glaube, wir sind auch kein typisches Pärchen. Ja, das nicht. Aber, oder vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Nein, ich würde sagen, nein, wir sind es nicht. Aber, weiß ich nicht. Seit ihr zusammen sind, geht's bergab, berghoch wieder und dann wieder, aber plötzlich bergab. Ja, das stimmt allerdings. hoch bleibt irgendwie nicht so lange. Ja, dann sollten wir echt was ändern. Ja. Ich freue mich morgen auf den Tag. Das ist gut. Und damit du fit genug bist für morgen, solltest du jetzt schlafen gehen. Komisch, aber ich bin irgendwie, werde ich gerade hellwach. Ja, super. Wie soll ich denn so noch was vorbereiten? Achso, du willst mich ins Bett schicken? Ja. Na gut, dann weißt, ich gehe, ich kaufe mal Wasser ein und dann gehe ich ins Bett. Lass uns das doch zusammen machen, lieber. Oh. Sie ruft mich an. Oh, okay. Hallo? Oh, danke schön, Chrissy. Bist du besurfen? Bestimmt. Warst du besverlobt? Uh. Du hast wirklich ein, du hast heute einen Antrag bekommen an meinem Geburtstag? Oh, ja, dann herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Was wir machen? Wir stehen auf dem Balkon und reden. Okay, danke. Und pass auf dich auf und trink nicht so viel. Okay. Bis dann. Ja, nicht, dass sie das Gefühl hatte, sie stört uns jetzt oder so, keine Ahnung. Ja, sie hat gesagt, ich störe euch nicht. Okay. Ich geh mal kurz gucken, wo wir Wasser hinpacken können. Ich bin gleich wieder da. Ich komm mit. Okay. sie ist anscheinend jetzt verlobt. Ja, ich hab's gehört. Ja. Und fast verheiratet, sagte sie. Okay, das heißt, die haben schon einen Termin, oder was? Ja, wir haben gar nicht wirklich Platz für Wasser, ne? Nee. Ich hab noch das Kühlpack. Ja, das kommt jetzt, das kommt dahin. Weißt du, wenn du dich verletzt, musst du kurz den Kühlschrank tun. Nein. Jetzt ist die Chips und dann kommt da das Kühlpack hin. Na gut. Aber wie hat, du hast auch zu viel Energy gekauft. Äh, hab ich? Ja, guck mal, wie viel wir haben. Stimmt, das ist noch aus meiner Wohnung. Ja, wir benutzen gar nicht so viel Energy. Ich trinke überhaupt kein Energy. Das ist Gift für den Körper. dann sollte ich das vielleicht in den Trailer tun. Einiges davon. Nein, du lebst, du lebst doch noch hier. Ja, aber wenn wir nicht so viel brauchen, meine ich, dann kann ich es auch da lagern, so. Nee, ganz ehrlich, wozu brauchst du eine Sojasauce? Trinkst du das so pur? Nein, zu dem Sushi war das. Aber Sushi ist weg und die Soße ist noch übrig. Ja, natürlich ist immer Soße übrig. Da musst du neues Sushi kaufen. Das nimmt echt zu viel Platz weg. Was ist mit deinem Salmata? Oder Ginger, ey? Das könnte man eigentlich auch mal trinken, ne? Ja, guck mal so. Mal wieder. Auch Chrissy hat mir geschrieben, finde es blöd, dass du nicht hier bist. Ja, wir können da gerne noch hin. Ja, ich. Vielen Dank. Ich habe jetzt ihr geschrieben, ja, ich finde es auch blöd, dass du mich nicht eingeladen hast. Ich habe ihr angeboten, dass wir zusammen wenigstens den Kuchen essen. Den können wir vielleicht sonst auch noch dahin bringen, wenn die uns einladen würden, aber es ist wahrscheinlich schon zu spät. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich willst du schlafen, ja. Ja, ich wollte einfach nur noch jetzt so ein bisschen den Tag ausklingen lassen und dann ins Bett gehen. Wenn ich dahin gehen würde, dann gehen wir zu Gesprächen und keine Ahnung. Dann kannst du nicht weg. Dann kann ich nicht weg? Achso, ja gut. Also nicht auf dich bezogen, allgemein meine ich. Achso, ja, ja. Also man kann nicht weg. Ich nehme auch ein paar Energies und trinke dir, statt den Kaffee. Ich kann eh keinen Kaffee machen. Warum? Was fehlt? Kaffee. Aber da haben wir nur noch einen, aber ich brauche zwei, glaube ich. Ja, stimmt, es war in den Läden auch ausverkauft, soweit ich das gesehen hatte. Ja, ich wollte es kaufen, genau. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen Platz für Wasser, oder? Ja, ich denke. Oh, jetzt schreibt sie, ich wollte aber nicht. Das, was du gestern zu mir gesagt hast, war sehr gemein. Ja, ich denke. Jetzt bin ich aber auch voll, ey. Ich habe viel gegessen. Oh, jetzt auf dem Platz. Lass mich mal reingucken. Oh Gott, da hast du wirklich viel gegessen. Hä? Hast du mein Giro-Suppe gegessen? Ja. Okay. Ja gut, dann können wir fünf Träger Wasser holen. Ja. Okay, ich schnapp mir Rucksack. Warum? Weil ich nicht so viele Hände frei habe. Äh, nicht? Also ich habe nur einen frei. Was hast du denn alles da mit? Essen, trinken, Kaffee, Tequila. Warum? Dann pack doch den Kaffee in den Tequila weg. Könnten sonst auch noch was in... Auch dann kann ich nicht so... Nee, 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 nee. Wir haben doch, ich habe doch, ich habe doch, also so ein bisschen Platz im Kofferraum von dem Bike ist doch. So, und ein bisschen Hand, ein bisschen auf den Schoß klemmen und so geht auch. Also, er wird jetzt nicht mehr im Rucksack rumlaufen, ne? Mhm. Oder so. Warte. Wofür war der jetzt? Einfach so? Einfach so, weil ich... Ich genieße es gerade mit dir zusammen zu sagen. Und dass wir uns nicht streiten und... Ja. Dass es gerade momentan halbwegs normal läuft. Mhm. Das ist richtig, ja. Ja. Aber sie versucht, das gerade mit PSMS zu klären. Äh. Mit zu wissen, was sie geschrieben hat. Ja. Ähm. Habe ich dir das... Was habe ich dir als erstes vorgelesen? Ich weiß es auch nicht mehr. Habe ich dir vorgelesen, dass sie das nicht wollte? Ja, ja, genau. Dass ich zu gemein war. Dann habe ich ihr geschrieben, ja, ich verstehe das auch sehr gut. Mir ist auch alles zu viel momentan. Ich kann eine Sache nicht verarbeiten, da passiert schon das Nächste. Und da hat sie gesagt, ja, so geht es mir auch. Ich werde immer unschuldig an irgendwelche Sachen reingezogen und bekomme dafür immer die Quittung. Ich will das nicht mehr. Das hat mich sehr verletzt, was du gesagt hast und was Glocken gemacht hat. Äh, ja. Ja, die braucht auch jetzt erst mal. Ja, ich glaube auch. Wo fahren wir denn hin? Äh, Lona? Ähm, Yin-Yang finde ich viel zu teuer. Achso, haben die unterschiedliche Preise? Oder, ja. Oder Westputsch, aber da weiß ich nicht. Ne, Lona war bisher... Okay. Sonst Mirror Park, das ist eigentlich auch ganz gut. Also da kaufe ich meistens ein, in den beiden. Okay. Mirror ist sogar ein bisschen günstiger. Ja, dann lass doch da mal gucken. Okay, warte, ich mag hier's dann neu. Toll. Jetzt fahre ich genau in die falsche Richtung. Ne, du kannst dich abbiegen. Ja, ne? Ja. Fühlt sich dann auf der Freeway. Ja, und... Wenn wir da aber ankommen, muss ich erst mal zurückschreiben, weil sonst denkt sie... Ich bin böse auf sie oder sowas. Äh, ist das eine Tankstelle? Ja, ne? Ja. Kann ich dann auch gleich noch tanken. Achso, okay. Ich bin böse auf sie oder sowas. Ähm, Bennys hatte mir ja geschrieben gehabt, dass ich mich wieder melden soll, ne? Oh, wirklich? In dem Job. Ja, ja. Okay. Äh, die hatten doch geschrieben irgendwie, wie angekündigt, bitte zum 11. melden oder so. Am 11. haben sie mir geschrieben, es tut uns leid, wir haben uns für einen anderen Bewerber entschieden. Ah. Aber, wie gesagt, passt mir ja eh. Aber du hättest wenigstens absagen können. Oder? Ja, aber die haben ja quasi vorher schon abgesagt. Passt schon. Na gut. Ja, aber bis zum 11. Ich denke, die haben gedacht, okay, es ist jetzt der 11. Weil er hat sich vorher nicht gemeldet, also wird sich... Äh, ne, ich glaube, er hat geschrieben... Äh, ich glaube, die hatten geschrieben am 11. oder sowas. Achso. Ne, ne, weil ich das ja gesagt hatte, dass ich ab dann erst könnte. Hm, okay. Aber das ist halt dann auch richtig erledigt dadurch. Ja, das ist gut, wenn du ein schlechtes Gefühl bei ihm hattest. Hm. Und Clea dich auch vorgewandert. Ja. Und Mike auch. Oh, ja. Ich hab die Meinung von Mike Zetan. Also, was heißt vorgewandert? Aber er meinte halt auch, es ist schwierig, ne? Und er würde nicht rangehen, wenn er ihn anruft. Also, das bedeutet schon viel. Oh, okay. So, dann packe ich mal in der Nähe den Eingang. Mhm. Hm. Ja. Lass mal gehen. Okay. Hm, wo könnte das denn sein, das Wasser? Wasser. Warte mal, das war, glaube ich, hier ganz rechts. Oder? Ja, hier ist Wasser. Unten im Regal. So. Okay. Oh, warte mal. Leg den Schrank nicht auf. Ach, jetzt. So, ich hab jetzt drei mit und flütti direkt ins Motorrad-Tour, glaube ich. Drei, ich kann noch ein. Ja, ja, ich packe die ins Bike und dann komme ich wieder. Komm mal mit, ich hab auch einen da. Drei, wie viel brauchen wir? Vier haben wir. Fünf haben wir gesagt. Also, noch einen. Ja. Wo ist dein Bike? Oh, du hast mich hier geparkt. Nee, wir haben doch da gestritten. Du bist jetzt voll hergelaufen. So. Aufmer Raum. Hä? Du warst zu schnell. Ich hab ihn schon vollgestellt, ja. So. Oh, na gut. Soll ich dir Geld geben? Nein, ich hol gleich. Warte, ich überweise, glaube ich, die Hälfte. Also, was du mir zu viel überwiesen hast. Nein. Es ist nicht so viel. Aber du arbeitest auch nicht so viel. Ich werde nächste Woche aber viel arbeiten. Wirklich? Vormittags bei Rainys, das gibt auch viel mehr. Wieso vormittags? Gibt's mehr? Nein, aber ich hab nächste Woche vormittags mehr Zeit. Ach so. Darum ging's mir gerade. Ich verstehe. Ja, ich glaube, ich werde auch nächste Woche vormittags mehr in Yellow arbeiten. Mhm. Kannst du vielleicht trotzdem deinen Bauauftrag ändern? Also, einmal den Betrag und meine Kontonummer kann ich dir eine andere geben. Ja. Weil das ist mein Sparschwein. Ach so. Ja. Ja gut. Ja. Willst du das jetzt noch machen? Ja. Aber warte, ich muss dir jetzt meine Kontonummer. Mhm. Ich füttere also dein, ich füttere also dein Sparschwein. Ja, genau. Okay. Hast du oder? Äh, ja, warte. Okay. Ich... Okay, sag, wenn du bereit bist. Ja, ich warte. Kontonummer? 233... 6, 4, 8, 2, 5. 233, 6, 4, 8, 2, 5. Ja. Okay, warte mal, dann muss ich das anpassen. Das ist quasi dein Mietkonto, dein Hauptkonto oder was? Ja, genau, mein Mietkonto, mein Hauptkonto. Irgendwie so. Ja. Bitte meinst du da? So, Daueraufträge. Ja. Ja. Aber bitte nur 62 Dollar, ja? Äh, ich habe eine halbe Stunde gearbeitet im Jello. Halbe Stunde? Ja, ich war eine halbe Stunde eingestempelt. Bis 0 Uhr. Ich auch. Wir haben nach 0 Uhr. Nach 0 Uhr. Wow, 31 Dollar. Ich bin richtig. Was, 31 Dollar? Ja. Warte mal. Also mit Transferleistung. Ja, ja, ja. Die habe ich aber auch. Hast du ein Gehalt 2025? Nee, warte mal, du verdienst mehr als ich, ne? Eigentlich ja. Aber? 22,50. Für die halbe Stunde. Oh. Das ist kein großer Unterschied, muss ich ja mal sagen. Ja, aber er hat mir damals gesagt, 60 Dollar verdient ein Barkeeper. Ja. Das habe ich auch gehört. Dann musst du das mal sagen. Weil wenn ich 60 Dollar verdienen würde als Barkeeper, dann verdiene ich da pro Stunde mehr als bei Rainy. Aktuell. Bei Rainy verdiene ich aktuell 55, solange ich halt noch Traney bin. Okay, und wie viel? Also danach 75 wahrscheinlich, was Mike gesagt hat. Ja. Das habe ich auch gehört. Ja. Ich mache glaube ich immer mehr als Bariker. Was habe ich dann noch komplett. Ich mache mir jetzt auch noch батigieren. Von dort ist es einfach mal das. Ja. Ja. Und das ist einfach mal. Ja. 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 ach du scheiße was denn ich hab grad mal geguckt wie viel Bestellung bei Rainy liegen boah ist das viel ach du scheiße sag mal könnte ich da auch arbeiten aber ohne das weiß ich nicht aktuell will er mich ja auch ausschließlich als Auslieferungsfahrer für die Produktion haben die glaube ich gerade genug und was wenn ich jetzt liefere also mit dir zusammen auslieferere aber keinen Führerschein mache das funktioniert nicht das macht ja keinen Sinn du brauchst ja keine zwei Leute unbedingt du kannst das alles alleine machen verdammt meinen Führerschein will ich nicht dafür machen nee der ist auch teuer das sind nochmal tausend Dollar ach stimmt du kriegst das ja nicht bezahlt sagtest du ne ja das find ich echt ne Frechheit aber dafür ist der Job an sich halt besser bezahlt ja ich werde glaube ich nächste Woche werde ich mich hinsetzen und diese Bewerbung schreiben ich werde mir Zeit dafür nehmen also du hast geohnt hat ne 62 Dollar mhm gut wenn du mich antischst dann mache ich Schluss was ja hast du deine Hand frei warte 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 äh jetzt okay so jetzt kannst du es mir wieder geben wenn du möchtest ja genau deswegen musst du es auch gerade kurz warten hier unsere Kopfbedeckung eigentlich macht es dann ja sinnvoll die Haustür zu fahren damit die nicht so weit schleppen müssen ja mach das heute ist doch Samstag beziehungsweise schon Sonntag ne mhm wieso ist es jetzt schon so ausgestorben in der Stadt wo sind die alle machen bestimmt Party Privatpartys oder sowas ja das stimmt Magrissi hat sich auch jetzt ja das stimmt auch wie findest du es dass die sich jetzt schon verlobt haben die sind nach uns zusammengekommen oder ja ich glaube schon da war halt schon was zwischen bevor wir uns überhaupt kannten aber trotzdem wie lange sind wir nochmal zu oh ich bin auf Toilette das ist ungewohnt das ist ungewohnt ja jetzt okay dass Vielen Dank. Das müsste man machen. Rückwärts schieben als Wettrennen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, sie ist hier und nicht unter der Brücke gleich. Ah, ist sie. Also... Wie lange... Glocken? Ja. Bis morgen? Also am Montag? Ein Monat? Was? Was? Wirklich schon? Ein, zwei? Hier. Ja. Nicht schlecht. Am Montag haben wir uns ein Monatikus? Wieso geht das? Wieso geht das so schnell? Ja, wobei, ich glaube, jetzt kommt es uns noch schnell vor. Wenn wir irgendwie in einem Jahr oder so drüber reden, denken wir, ach ja... Ja, kann sein, aber ich fand es auch unglaublich viel in diesen vier Wochen passiert. Ja, wirklich? Ja. Also, wie findest du es, wenn man weniger als vier Wochen zusammen ist und sich verblut, wie Chrisi und Rico das gemacht haben? Ja, das finde ich wirklich sehr krass. Ja, das ist wirklich sehr schnell. Ich denke mal... Gut, vielleicht war es ja eh geplant, weil das ein besonderer Ort ist, dass sich das angeboten hat, aber... Hm. Weiß nicht. Hm. Ist ja die Scheidung eigentlich schon durch. Ich glaube nicht, aber bald. Ja. Für Zeit dann, ne? Mhm. Ich glaube, ich möchte auch irgendwann noch heiraten. Echt? Ja. Okay. Klang bisher nicht so. Oh. Kann ich dir wieder was kurz geben? Kannst du. Okay, danke. Jetzt kannst du das mit zurückgehen. So, was sagtest du nochmal? Äh. Achso, hast du jetzt noch was bei dir, oder? Äh, ja, einen Krieg. Ich hab Hände voll. Ja. Nimm ich noch einen mit. Ja, ja, zwei sind jetzt noch drin, oder? Ja, warte. Ich packe meinen Helm dahin. Dann packe ich meinen Kaffee dahin. Und jetzt habe ich alles anders damit. Okay, dann mache ich zu. Ja, aber mein Helm ist mir ja gleich auf jeden Fall auswand. Ja, ja. Okay, ist egal. Jetzt. Gut. Ja, machen wir gleich. Ich mach das Ding eh um. Hm? Ich hab deine Frage vergessen. Äh, ja. Ja, und zwar meinte ich zu deinem, du willst vielleicht doch heiraten mal. Das klang bisher aber anders. Ja, war tatsächlich so. Aber. Hä? Ich hab mehr gekauft, ja. Oh, jetzt. Dann packe ich das in den Schrank. Ja. Den Kleiderschrank. So als Reserve. Mhm. Wasser kann man nie genug haben. Stimmt. Irgendwie fand ich doch diesen Gedanken schön, weißt du. Mhm. Und ich will das vielleicht doch nicht ganz aufgeben. Okay. Nö. Aber ich finde ich das von nicht gezogen. Ich will nur sagen, weiß ich nicht. Ich denke da gerade um. Mhm. Verstehe. Äh, willst du kurz mit? Ich will das Bike immer noch hinten stellen. Ja. Okay. Wir könnten noch rumfahren, wenn du willst. Wir könnten noch rumfahren. Oder willst du ins Bild? Das Ding ist, jedes Mal, wenn wir noch rumfahren, dann sind wir noch ewig unterwegs. Dann. Ja, dann lass uns helfen. Du wolltest eigentlich auch schon hoch. Du wolltest eigentlich auch schon lange im Bett sein, oder nicht? Ja, aber dann fühl ich mich ganz erwachen. Also wenn wir nicht bis drei Uhr morgens unterwegs sind, vielleicht bis halb drei ist okay. Okay. Ja, nee. Ich kenne uns doch. Ich hätte eigentlich auch einen Bürgersteig fahren können, aber da kam der Streifenwagen, den ich fast nicht gesehen hätte und fast ihn reingefahren wäre. Der war sehr leise. Der war richtig leise. Der hat sich angeschlichen. Ja, wenn man vergleicht, der andere, der so laut war. Echt, ey. Mich nervt das mit den Parkplätzen richtig hier. Mich auch. Was sollen wir machen? Umziehen. Ach, jetzt haben wir gar keinen Ersthäftekasten geholt. Oh, scheiße. Das haben wir echt vergessen. Da hab ich dran gedacht. Aber ich fahre da mit ihnen. Im Moment nicht, nee. Nicht so, ne? Und so nimmt man dann einen aus dem Bike mit oder so. Ja, stimmt. Wir haben ja genug. Aber für den muss ich auch bald kaufen. Ja. Eigentlich macht das jetzt nur noch Sinn, diesen blauen oder was das ist fürs nächste Quartal zu holen eigentlich schon. Ja, aber das gibt's noch nicht, glaub ich. Doch, hab ich schon gesehen. Im Januar, oder? Nee. Echt? Ich hab schon blaue gesehen, ich glaub. Bei Bruno Spitzdop. Auf jeden Fall. Bei den anderen weiß ich gerade nicht. Okay. Also gesehen hab ich die schon. Aber das nächste ist doch mal... Wir müssen ja jetzt auch für das Quartal sein. Ja, der blaue ist jetzt für Oktober, November und... Ja. Aber du hast gesagt, für das nächste. Also Januar, Februar und mehr. Nee, da hast du recht. Nee, nee. Blauen jetzt für jetzt aktuell. Das macht mehr Sinn. Okay. Dann hält er auch länger als bis zum 31.10. Das ist gar nicht so schlecht. Mhm. Sohn. Okay. 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 ?!" Und wieder zu Hause. Ja. Aber jetzt hab ich meinen Helm mitgenommen. Ich nehm meinen immer mit. Ich pack den dann in den Schrank und nehm ihn dann wieder mit. Weiß nicht, es geht schneller dann, als wenn ich ihn erst aus dem Motorrad fummeln muss. Okay. Deswegen. Und oben drauf. Da, wo ich auch Beanies hab. Hutablage mit Helm quasi. Irgendwie bin ich froh, wenn ich bald diese Haare weckhau. Jetzt doch, ja. Ja. Dass du auch immer ne Wütze aufsetzen musst. So schlimm. Ja. Oh cool. Ich habe vergessen, dass ich das auch in lila habe. Auch nicht schlecht. Weil das so cool aussieht. Ja, komm mal, jetzt in dem Licht sieht man das mit den Haaren besser. Ja, das ist echt besser. Die Beleuchtung dabei im Friseur ist nicht so ideal. Nee, es ist wirklich nicht. Aber du hast trotzdem so leicht gerauscht Tränen. Ja, ne? So ein bisschen sieht das schon so aus. Du bist alt. Ich wollte es nicht sagen. Nein. Es ist der Stress oder so. Und schätzen die Leute mich vielleicht nicht mehr auf Anfang 20? Das kann sein. Du hattest aber sehr viel Stress in letzter Zeit. Weißt du was? So gefällst du mir besser. Ja? Ja. Das ist gut. Das mit dem Bad gefällt mir sehr gut. Das ist schön zu hören. Dann habe ich da ja die richtige Entscheidung getroffen zu. Ja, hast du auch. Aber ich glaube, das andere hätte auch gut ausgesehen. Ja, aber das wäre wieder ein bisschen ungepflegter gewesen. Hä? Der andere Bad. Der war auch. Nein, ich meine, das, was ich ausgesucht habe. Ja. Erst. Das findest du ungepflegt? Der war eigentlich so wie der Alte, nur ein bisschen weniger. Aber das war nicht glatt rasiert. Doch, na. Also das war schon, glaube ich, glatt. Aber es war auch ein bisschen weniger, nicht so viel an den Lagen. Ja, das stimmt, das stimmt. Wann kann man eigentlich Körbisse schnitzeln? Eine gute Frage. Wann schnitzelt man die? Vielleicht ein paar Tage vor Heroin, damit die nicht so schnell vergammeln? Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Das habe ich schon mal gemacht. Mir einen geholt. Viel zu früh. Irgendwie einen Monat vorher. Habt ihr ihn dann gar ausgehöhlt und alles? Ja. Und Halloween war das ein sehr furchtbarer Anblick. Das glaube ich dir. Der war schon so für sich gruselig genug. Seitdem habe ich auch nie wieder Körbisse geschnitzt. So viel Arbeit und dann, ja. Ja, ich glaube dir, das war bestimmt sehr ärgerlich. Ja, war es auch. Aber nur halb so wild. Er sah dann wirklich sehr gruselig aus, sagen wir es mal so. Noch ein bisschen reden? Oder willst du ins Bett? Ja, ich höre schon rausgeh ins Bett. Ja, ich glaube, es ist mal ganz gut, wenn wir nicht noch bis schlafen über irgendwelche Probleme reden müssen. Ich glaube, heute ist der Tag ganz okay gewesen, ne? Ich wollte auch nicht überprüfen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Achso, ja. Der war auf jeden Fall sehr gut. Ja. Kurz, aber gut. Warte, der war eher gut. Ja, doch. Eigentlich schon, oder? Ja, glaube ich. Ja, außer das mit meinem Geburtstag. Ja, das ist sehr traurig. Das ist sehr schade. Wie gesagt, da muss ich mir was Besseres überlegen. Morgen. Ich kann aber auch mit überlegen, weißt du. Ja, also. Vielleicht machen wir das wirklich. Dass wir dann einfach gucken, was wir machen. Genau. Besser, weil ich meine, es sollte dir ja auch gefallen, wenn ich dann irgendwas raussuche. Ich sehe uns sowieso nur dann irgendwo rumcruisen und uns tolle Orte angucken. Ja, aber warum nicht? Es ist auch schön. Es ist auch. Ein bisschen chillen mal. Ein bisschen kein Stress. Ja. Okay. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen dann. Ja. Bis morgen dann. Ja.